Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in europäischer Zeit hereinhören. Untertitelung. BR 2018 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, und hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Und heute haben wir den 8. November 2012. Ich muss mich allen gewöhnen, nicht so ins Mikro zu schreien. Weil sonst springt hier die Lautstärke-Regelung bis unter die Decke und dann wird alles ein bisschen verzerrt. Das wollen wir ja auch nicht. Also, klasse, dass ihr alle eingeschaltet habt zur heutigen Live-Sendung mit mir. Und wie ich es immer gerne mache, ich begrüße zunächst mal euch. Auch diejenigen bei milen-fm.lu oder .net. Ja, klasse, dass ihr eingeschaltet habt. Und der, der das erste Mal bei mir zuhört, muss sich festschnallen. Hier wird Tacheles gesprochen. Ohne Blatt vor dem Mund. Bis hin zu hier. Ich riskiere jeden Tag, wo ich auf Sendung bin. Aber sonst vielleicht auch. Das letzte Mal kamen sie. Nee, wann kamen sie? Kamen sie auch am Tag meiner Sendung. Genau, morgens. Und dann habe ich SWAT-Teams hier, wenn ich mal mich nicht zurückhalte. Ich versuche mich zurückzuhalten. Ab sofort. Nee, nee, bloß nicht. Okay, also klasse, dass ihr da seid. Und natürlich auch hier unsere Musiker begrüße ich, die mir immer hier Musik reinschicken, zur Verfügung stellen. Immer mal wieder was Neues. Hier ist hier eine Internet-Radio-Premiere von Alvin Ierbe. Das passt auch zum Thema World in Conflict Version 2. Ich weiß nicht, wie die erste Version am Anfang geklungen haben mag. Okay, klasse. Und wir hören auch noch mehr im Laufe der Sendung. Ja, wir haben uns heute natürlich vorgenommen, hatte ich schon am Dienstag gesagt, mal zu schauen, was die da so in den USA machen. Und war ja klar, dass ich dann auch darauf eingehe heute. Ja, und was es damit auf sich hat, werden wir heute diskutieren. Denn das Thema ist Obama und andere kommende Katastrophen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sehe es so und da kommt das noch einiges auf uns zu. Und ihr wisst, darüber sprechen wir hier bei mir in der Sendung sehr gerne. Und was ich auch immer tue, ich mache zu jeder Sendung immer eine Veröffentlichung auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com. Und da poste ich nachher dann auch die Aufzeichnung als Video, solange ich meine Webseite noch nicht wieder in Betrieb habe, wo ich das auch als MP3 beispielsweise herunterladen kann. Okay, ja, das mal so am Rande. Und ihr könnt mir während der ganzen Sendung übrigens auch Informationen, Fragen, Kommentare zusenden unter radio-at-wakenews.net. Das ist meine E-Mail-Adresse, da kann ich es dann wunderbar auch besser vorlesen als direkt da aus dem Chat, den man hier auch nutzen kann. Da sind auch schon viele, da sind auch schon viele drin hier, da schreibt jemand hier, Detlef ist unser Erwecker. Ja gut, also ihr müsst ja schon längst wach sein, oder? Da könnt ihr also drauf, wer das noch nicht kennt und weiß, bei mir auf der Webseite wakenews.net, wakenewsradio. Einfach in die Suchmaschine reingehen, wenn ihr es nicht findet. Das ist meine große Suchtaste, ist die Suchmaschine. Da findest du das, kein Problem. Da kann man also sich beteiligen hier an dieser netten Konversation, die hier stattfindet auf den Chaträumen. Drei Stück, kann man sich ja was aussuchen. Hier schreibt jemand, guten Tag meine Freunde, ich wünsche euch einen schmissigen Detlef-Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, oder was? Ey Leute, ihr solltet euch da nicht zu sehr ausruhen. Ich brauche euch doch hier, ihr müsst ein bisschen Wind machen draußen, da haben wir schon das letzte Mal drüber gesprochen. Und das kommt auch am Samstag auf uns zu. Da sind wir nämlich auch live, Sondersendung United We Strike Radio Marathon. Hoffe, dass ihr dann alle mit zuhört ab 15 Uhr. Sag ich nachher nochmal. Hier schreibt man, ja, Welli, wo ist der Kuchen? Sitzt ihr alle in einem Raum im Wohnzimmer, oder was? Im Internet-Wohnzimmer, oder? Okay, klasse. Ja, was es damit auf sich hat, werden wir jetzt mal diskutieren, was ich ja in meinem Artikel wollte. Obama und andere kommende Katastrophe. Okay, ja, da habe ich jetzt auch immer meine Links mit drin, über die Themen, die ich heute mit ankratze. Man kann ja gar nicht alles bis in die Tiefe hinein recherchieren, oder? Da haben wir nämlich jetzt geschrieben. Offenbar haben die Verantwortlichen bei den DIMPs, das ist die Abkürzung für die Gruppierung, die ich die dominante, irrsinnige Minorität nenne, die Reichsleine gezogen. Denn jedes andere Abenteuer, als den Puppen Präsidenten Obama wieder einzusetzen, hätte unkalkulierbare Risiken bedeutet, die sie scheinbar nicht gewillt waren, einzugehen. Jetzt wird das Hauen und Stechen weitergeführt. Und der Abgrund ist schon meilenweit offen. Die Revolution in den USA etwas verschoben, vielleicht um Zeit zu gewinnen. Wofür? Kleine Anmerkung, steht nicht im Text. Bis ich meine Seite wieder am Laufen habe, oder? Vielleicht geschehen noch Wunder. Okay, und dann heißt es hier weiter, auch der Dritte Weltkrieg wollte nicht recht starten. Zu viel Opposition. Neue Erkenntnisse. Zu viel Aufklärung um die inszenierte Frankenstorm oder Frankenstorm Sandy-Attacke auf das US-amerikanische Volk. Hat es nicht geklappt mit einigen tyrannischen Vorhaben? Waren Projekte, die noch nicht zu Ende geführt werden konnten, in Gefahr? Letztlich wissen wir es noch nicht bestimmt. Aber klar ist, dass die weltweiten Aufklärungsinitiativen schmerzhafter Einschnitte in die so auf Geheimnisse fixierten Mächtigen im Hintergrund hinterlassen haben. Mit mehr friedlichem Widerstand ist zu rechnen. Haben die NSA-Google-Computer der Geheimdienste ungünstige Vorhersagen herausgespuckt? Sind die Dimms zurückgeschreckt vor allzu riskanten Manövern? Jedenfalls sind die kommenden Katastrophen für die Menschheit unter Obama leichter zu kalkulieren und vorherzuberechnen. Nur zu gut weiß man, welche Lügentaktik von ihm genutzt wird, welche Schwachpunkte er hat. Also, entweder wurde die endgültige NWO-Umsetzung etwas hinausgeschoben. Oder man erwartet etwas anderes, das uns noch nicht vollends bewusst ist. Ihnen aber schon. Ja, und über das und vieles mehr will ich heute mit euch hier in dieser Sendung sprechen und diskutieren. Und freue mich auf eure Kommentare, die ihr mir hier am liebsten per E-Mail reinschreiben könnt. Ja, unter radio.atwakenews.net Ja, und das haben wir schon einige gemacht. Und da werden wir dann auch im Laufe der Sendung darauf eingehen. Keine Frage. Ja, ich bin immer froh über Kommentare, natürlich auch kritische. Ich habe nichts gegen Kritik, Gegenteil. Aber sie muss natürlich vernünftig formuliert sein, darf nicht angreifen, darf nicht diffamieren. Das würde sie auch nicht gerne, dich diffamieren lassen von irgendwem, oder? Naja, also das könnt ihr auch gerne mal an anderen Ansichten vertreten als ich, das ist gar keine Frage. Aber eben in einer Form vorbeigehen bitte, die dann zu diskutieren ist. Und das heißt auch nicht mal, dass ich komplett andere Ansichten dann daneben schreibe und sage, nur meine Ansicht ist gültig. Aber natürlich behalte ich es mir auch vor, dann selber zu kommentieren, gell? Ganz klar. Dafür ist es ja auch da, ne? Oder? Ja, super. Also, da haben wir jetzt ja einiges erlebt. Ich meine, ihr habt das ja alles lesen können. In den Matrix-Medien war Obama, teilweise Romney, aber eigentlich nicht wirklich. Sondern war Obama weiterhin Trumpf, ne? In einer Zeitung, hier hatte ich es gesehen, Obama war richtig rum abgebildet. Da stand drüber der neue Präsident. Und darunter war Spiegel verkehrt, Romney abgebildet, also auf dem Kopf stehen. Und da stand auch der neue Präsident, konnte man aber nicht lesen. Das heißt also, es war schon klar, für wen die Matrix-Medien hier alle waren. Komisch. Obwohl die da ja mit eigentlich nichts zu tun haben. Und dass das alles so schnell und breit und überall in die Medien kam, ihr wisst ja, da muss man aber vorsichtig sein, wenn so etwas passiert. Ja, ich würde mal sagen, es ist nicht sehr schwer, daraus zu schließen, dass es hier irgendwo eine gemeinsame Absprache gibt, die Gedanken der Menschen zu lenken. Denke Böses, wer das nicht tut. Okay, wir sind dann schon ein bisschen aufgeweckter und können das erkennen. Und in dem Zusammenhang wundert es mich auch immer, dass nichts Kritisches, also nichts Großkritisches, also ein bisschen schon, aber über die Präsidentschaft von Herrn Obama kommt. Bis auf, und das hatte ich mir hier gleich schon hingelegt, zeige ich sie gerade mal in die Kamera, damit man hier das nachher sehen kann, dass ich das nicht hier mir aus dem Finger gesogen habe. Hier aus einem Lokalblatt hier, mit der Überschrift, kleine Überschrift, Amerika hat gewählt. Und darunter größer. Hunger ist ein echtes Problem in Amerika. Das war das erste Mal, dass einer aus dem Matrix-Bereich sowas mal anspricht. Armut steht darunter weiter, selbst im reichsten Flecken hat die Wirtschaftskrise tiefe Wunden gerissen, ein Augenschein in Leesburg. Das war so ein kleines Nest, wo sie da exemplarisch daraus berichten. Ja, und von der lokalen Hilfsorganisation, die Sprecherin sagt hier, ich stelle fest, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wird. Hoppla, das war auch das erste Mal, dass das festgestellt wird. Ist das gerade eben passiert? Aber hat nichts mit Obama zu tun, oder? Ja, jedenfalls, es fällt mir vor, du bist ein Land, eine Nation, die hochgepriesen ist, weltweit. Ja, die größte, mächtigste Nation mit Flotten und Militär in, was weiß ich, 170 Standorten der Welt. Überall schöne Kriege führend, jeden Tag Drohnen schickend nach Pakistan für Millionen. US-Falschgeld, wert, aber einfach damit man eine Vorstellung hat. Okay, und dann ein paar Leutchen umlegen jeden Tag, damit die Liste größer wird für den US-Friedens-Nobel-Sprengstoffpreisträger Obama. Und jetzt auch noch die Sprengstoff-Friedens-Nobel-Preis-Anhängerschaft in der EU. Die sind auch mitbeteiligt am Umbringen, die haben ihre Truppen auch überall. Super! So, da werden also jeden Tag Millionen, wenn nicht Milliarden aus dem Fenster gekippt. Aber im eigenen Land ist der Hunger groß. Ach, hat das was miteinander zu tun? Nee, würde doch jetzt jeder sagen. Bitteschön! Wenn du das jetzt liest und die anderen Informationen, die ja mehr oder weniger in dem gleichen Blatt auch irgendwo auftauchen, wenn du überhaupt zu diesem Thema kommst, ich weiß nicht, welche Seite, oh, Seite 4, naja, also immerhin. Also haben sich mal ein Zeug gelegt hier, Matrix-Medien, haben gesagt, oh, Hunger ist ein echtes Problem in Amerika. Mensch, ja, kommt da nicht ein Leser mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, auf den Gedanken, ja, sollte man vielleicht die Mittel, die das Land hat, ein bisschen umverteilen, sodass es keinen Hunger mehr in diesem reichsten Land der Erde gibt? Oder sollte jetzt mal eine Demokratisierungswelle aus, ja, aus einem dritten Land, drittem Weltland kommen, um hier mal in den USA für Demokratie zu sorgen, damit die nicht mehr so hungern müssen? Oder vielleicht können wir die Welthungerhilfe mal engagieren? Schreibt doch mal bitte hier an die Welthungerhilfe oder wie immer sie heißen, die Weltbank, IMF, die sollen doch mal zusehen, dass die Regierung ihre Leutchen füttert. Also irgendwas stimmt da nicht, oder? Oder die UNO, können wir mal die UNO ansprechen. Also in den USA wird bitteschön, ja, wird bitteschön ausgehungert. Obama, ach, der hat doch damit nichts zu tun, der war doch nur vier Jahre im Abend. Das waren die Vorgänger. Und so weiter. Ach nee, der ist jetzt noch mal wieder vier Jahre? Och nee, hoffentlich das nicht. Also noch vier Jahre schrecklich mehr Hunger. Denn hier steht auch, ich lese nicht alles wirklich vor, komm, aber das ist zu viel. Er sagt die vor, das wird schlimmer, sagt man hier, ne? Und sie hier von dieser Hilfsorganisation sagt, natürlich mache ich mir häufig Sorgen, dass uns die Vorräte ausgehen, weil wir können es auch nicht mehr schaffen, die Leutchen zu ernähren. So machte Obama Politik natürlich nicht für die Hungernden, sondern nur für die bösen Hungernden in anderen Ländern, die werden aus der Luft ausradiert. Oder? Ja, klasse, klasse gemacht. Aber ich dachte, das muss man auch mal ins Internetradio bringen und hier bitteschön auch festhalten, damit man richtig stolz sein kann als Wähler, der für Obama gestimmt hat. Und ihr werdet das wahrscheinlich auch hier oder da verfolgt haben. Es wurden ja Wähler auch befragt. Gut, Englisch, weil Deutsch sprechen sie da nicht so viel. Okay, ich habe so ein Video gesehen und da wurden die Wähler gefragt, ja, das eine war eine dunkelhäutige Black-US-Bürgerin, die befragt wurde zu den beiden Kandidaten. Es gab ja offenbar nur zwei, die anderen. Hast du da jemals irgendwas davon gehört? Auch auf den Wahllisten kamen die schon. Aber sonst hast du nie was davon gehört. Nee. Achso, okay. Gut, also nur die beiden waren bekannt, dass man die wählen durfte. Und da wurde sie befragt, ja, warum sie denn Obama wählen will. Ja, das wäre, ja gut, die war eigentlich nicht so, man hatte nicht den Eindruck, als wenn sie wirklich auf der allergrößten geistigen Höhe gewesen sei. Okay, wir haben alle mal unsere schlechten Tage. Und sie sagt, ja, weil ich kriege von dem ein Handy geschenkt. Und der hat ja versprochen, alle, die ihn wählen, kriegen ein gratis Handy, damit man sie noch mehr mit der Krebsstrahlung direkt am Ohr, am Gehirn beeinflussen kann und besser abhören kann. Weil das Ding läuft Tag und Nacht, ob man es einschaltet oder nicht. Aber nein, sie kriegt ein gratis Handy. Und deswegen und überhaupt. Und es gäbe endlich mal jemanden, der auch was für sie täte. Also Handy schenken. Okay, ich weiß noch nicht, was die Dinger kosten in der Anschaffung. 0,815 Dinger. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen teuren iPhone drauf und runter oder sowas. Da ist die Krebsstrahlung wahrscheinlich noch ein bisschen teurer. Sondern was kostet das Ding? Hier, du kriegst die Dinger von hinterher geworfen. Hier irgendwo für 10 Euro oder was. Na gut. Und das ist der Verkaufspreis. Okay. Und dann wurde sie gefragt zu Romney, Och, das wäre ganz schlimmer. Okay. Da würde ich ihr sogar recht geben. Oder gegeben haben. Gut ja, das hat sich erledigt, das Thema. Es ist der andere Cousin geworden. Och, das wusstet ihr nicht? Dass Romney und Obama verwandt sind? Aber wie übrigens die meisten US-Präsidenten miteinander verwandt sind oder waren. Andere sind ja schon verstorben. Und übrigens im weiteren Kreise alle mit den wichtigsten und mächtigsten Königs- und Adelshäusern der Welt verwandt sind. Und, ach, das liest du wahrscheinlich in der Matrix-Presse nicht so ohne weiteres. Vielleicht in der Blind-Zeitung schon mal gelesen? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe vielleicht auch was verpasst. Ich lese das nicht regelmäßig. Ich lese es eigentlich gar nicht mehr. Muss ich sagen. Nicht mal mehr im Internet. Kommen gar nicht dazu. Wobei, vielleicht kommen da ja manchmal ganz interessante Sachen. Muss ich also doch vielleicht mal wieder tun. Jedenfalls. Ist doch klasse, oder? Den Link dazu habe ich auch nochmal reingetan. Wenn das interessiert, auf der mywakeness.wordpress.com, wo das so ein bisschen angekratzt wird. Ich mache ja keine Sendung heute über Verwandtschaftsgrade zwischen Romney, Obama, man kann ja eigentlich die Namen schon fast durcheinander bringen. Weil sie sind irgendwie ja sowieso alles eins. Deswegen fragt man sich auch, Mensch, warum werden Leute US-Präsidenten oder überhaupt irgendwelche, kommen in Führungspositionen, wo man, wenn man die schon anschaut, ins Zweifeln kommt, ob die überhaupt das Zeug dazu haben, so eine Position auszuführen. Okay, Äußerlichkeiten, habe ich schon mal gesagt, sollte man sich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Man ist ja auch nicht unbedingt der Hübscheste. Aber man kann sich schon manchmal fragen, wenn man die dann auch sich äußern und sich bewegen und was weiß ich sieht. Ja, oder weiß nicht, ob die was schreiben. Aber gut, der Obama, der kann ganz gut ablesen von diesen Bildschirmen, die er dann immer bei sich trägt, wenn er irgendwo Auftritte hat und so. Bei anderen, die das nicht so haben, so Merkel und so, ist das schon ein bisschen schwieriger. Aber wenn man so Leutchen ansieht, dann fragt man sich doch, Mensch, wie kommen die in so eine Position? Ich wüsste ja so auf Anhieb fünf, sechs mehr, fünf, sechs Leutchen mehr oder noch mehr, die besser in Frage kämpfen für so einen Job. Und da fragt man sich, warum? Also bei den US-Präsidenten ist das jetzt ziemlich deutlich, weil sie alle miteinander verwandt sind. Und es kann also nur jemand dort in diese Position gehievt werden, mit Ach und Krach. Das war ja schon bei, hier beim Bush so, beim Bush Junior, George W., der muss ja gegen den Kerry antreten oder umgekehrt, wie auch immer, wer da eher zu bemitleiden war. Kann man nicht wirklich entscheiden. Kerry ist doch schon nicht froh, dass er es nicht geworden ist. Aber sie waren auch miteinander, oder sind, leben ja noch, sind miteinander verwandt, sind Cousins. Och, haben wir jetzt einen familieninternen Wettkampf hier vielleicht? Ach, hast du da schon mal irgendwo gelesen, dass da irgendeiner was darüber geschrieben hat in den Matrix-Medien? So, ob das jetzt Fernsehen ist, ZDF, ARD, erste Reihe. Ob man da wirklich in der ersten Reihe sitzt? Okay, ich habe das nur exemplarisch gesagt. Diese Namen, weil sie mir gerade als erstes einfielen, aus deutschsprachigen Normen. Aber es gibt ganz viele andere auch. BBC haben wir schon Dienstag darüber gesprochen. Die sind so mit sich selbst beschäftigt, mit ihren pädophilen Geschichtchen. Die haben gar keine Zeit, sich dann auch noch um die Verwandtschaften von US-Präsidenten zu kümmern. Oder? Da käme nachher noch raus, dass die alle verwandt sind mit der Queen Elizabeth. War das eine Tour von Tourn und Taxis? Oder war das... Nee, warte mal, das war doch irgendein anderer. Oder sind die... Okay, ihr seht schon. Es ist Spaß. Es ist doch wirklich lustig. Klatschen. Nee, mache ich jetzt nicht. Keine Sorge. So, okay. Also das ist mal so reingeschnippelt in die Konversation von heute. Da kann man auch mal drüber nachdenken. Und ich habe dann auch noch mal dazugelegt, gut, wir kannten das alles schon. Vor allem ihr, die mir zuhört, ihr wisst das sowieso alles schon. Aber dennoch sage ich es. Es gab ja ein Gespräch noch vor einiger Zeit zwischen dem Herrn Obama und dem russischen Präsidenten Medvedev. Im Weißen Haus. Da saßen sie so am Kamin schräg gegenüber. Und ja, machten so ein düsterer Gesichter. Und dann, weil der Medvedev wirklich düster schaute, hat sich der Obama ein bisschen vorgebeugt. Und ach, die Journalisten haben wieder vergessen, das Mikro abzuschalten. Mensch, so was Schlimmes. Und da sagte er zum Medvedev, hey, nach meiner Wiederwahl habe ich mehr Flexibilität. Dadurch erhellte sich das Gesicht von Herrn Präsidenten Medvedev. Und ach, hat er ihm dann noch einen schönen Tag gemacht. Konnte zurück zum Putin und sagen, hier, Genosse Putin, alles in Ordnung. Wir haben alles im Griff. Obama wird es doch wieder. Und dann fragt man sich natürlich, woher wusste der Obama das? So, sicher, dass er das so einem sogenannten fremden Staatsoberhaupt da mitteilte? Ach, kann das sein, dass die vielleicht auch miteinander verwandt sind? Na gut, okay, haben wir jetzt nicht die Zeit dazu, das alles noch zu recherchieren. Ist auch nicht so unbedingt so mein Ding hier, das heute zu machen. Hier schreibt einer hier, hi, Detlef, die Amis werden ihr Gratishandy noch sehr teuer bezahlen. Jawohl. Richtig. Ja. Jetzt schreibt einer hier, hallo, Detlef, es wird nun Zeit, dass alle Hörer von Wake News endlich mal durch dich, Detlef, fahren lassen, und jetzt einen Applaus für deine tolle Arbeit zu spenden, für meine, eure. Aber Applaus machen wir jetzt mal, komm. Ja, 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 weil das ist schon wichtig, dass wir uns immer wieder motivieren. Oder? Klasse. Ja, also jetzt, gut, ich meine, uns ist das ja alles irgendwie immer schon klar, aber es ist trotzdem wichtig, vor allen Dingen für diejenigen, die das erste Mal so in diese ganze Thematik hineinschnuppern, die es gewohnt sind von der Blindzeitung, blind geschleust zu werden. Oder anderen ähnlichen Medien, das ist ja nicht nur dies eine, ne. Dass sie doch mal verstehen, hoppla, also ja, wieso, was heißt das? Die sind alle miteinander verwandt, weltweit, wie die auch, und so weiter. Das ist doch interessant. Da kommen so ein paar graue Gehirnzellenwellen ins Rotieren, oder? Dann wird es unter der Gehirnoberschale etwas brutzeln und arbeiten. Ja, vielleicht, bei dem einen oder anderen, und das ist doch auch nicht schlecht, wenn wir das hinkriegen, oder? Also wie gesagt, dieser Link zu diesem besagten Ausspruch von Obama lässt sich bei mir auch finden auf der Seite myawakeness.wordpress.com. Und dann natürlich, weil jetzt sind wir ja schon mal beim Obama dran, und dann müssen wir den jetzt auch mal durchackern. Haben wir das ja auch schon alles gewusst, weil es war schon bei den vorherigen Wahlen so, dass alle Wahlautomaten, die machen das jetzt alles per EDV, per Elektronik, diese Wählerei, so einfacher zu manipulieren. So, und das, ja klar, war ja alles manipuliert. Und da habe ich ein interessantes Video gefunden, das könnt ihr euch anschauen. Unter dem Stichwort, die elektronischen Wahlgeräte, ich habe jetzt im Rekse dazu, USA-Fälle, die nicht wissen, welche Wahl gemeint waren, waren manipuliert. Und auf diesem Video, da zeigt einer eben die Aufnahme eines Augenzeugen, Tatzeugen, der selbst vor Ort war, bei einer Wahl, in einem Wahlbüro, und dieses Gerät, was da stand, das sieht aus wie so ein Musikautomat, mit so Knöpfchen, große Knöpfe, wo dann der Name daneben stand. Und wenn man dann da drauf klickt, dann sollte es eigentlich so ein Häkchen, so ein grünes Häkchen geben. Das blinkt so ein grünes Häkchen auf. Und er drückte dann immer auf Obama in dem Fall. Und wo leuchtete es auf? Bei Romney. Das ist wirklich klasse, das müsst ihr euch anschauen. Das ist unglaublich. Also da dachte er, gut, das ist ein Fehler, und hat es nochmal gemacht, ein paar Mal wiederholt und so, kann man auch fein sehen. Und da hat er gedacht, okay, also wenn das Gerät so eingestellt ist, ja, ist klar, da muss ich also noch einen weiter runterdrücken, dann wird es dann bei Obama ein Häkchen geben. Da hat er das dann probiert, hat dann noch, es gab ja auch noch andere Bewerber, stellt euch vor, jeweils irgendwas von einem anderen Bewerber gehört irgendwo in den Blindmedien, äh, in den Matrixmedien. Hä? Okay, also hat er dann den Namen unter Obama gedruckt, und wo leuchtete es auf? Komischerweise eben bei dem, wo er draufgedrückt hatte. Obama, Obama, das funktioniert ja gar nicht. Dann ist er hin, zu diesem Wahlbüro-Manager da, der dafür zuständig war, dass alles ordnungsgemäß abläuft, und zeigte ihm das, und er sagt, oh ja, da brauchen Sie keine Sorgen machen, das wird schon alles gehen, das ist schon alles in Ordnung, so, ne? Okay, klingelingeling, ne? Und man weiß natürlich jetzt nicht genau, ob das Häkchen überhaupt irgendwas aussagte, oder ob der das gesagt hat, weil er sowieso meinte, die Stimmen gehen alle sowieso zum Obama, ob ein Häkchen kommt oder nicht, gell? Die Frage kann man sich ja auch darauf stellen, oder? Ich fand das so lustig, also echt, wenn du dir das anguckst. Äh, und das, hast du da irgendwas gelesen davon, in den Matrix-Medien hier, irgendwo? Hm, naja. Okay, also echt, Wahnsinn, was da abläuft und ab geht. Okay, ich denke, ja, das muss man einfach mal, jetzt, wo es gewesen ist, einfach mal sagen. Vielleicht hört sich das ja mal einer in vier Jahren wieder an, wenn es dann noch YouTube gibt und so. Oder Wake News. Ah, Leutchen, echt. Gut, aber ich habe ja ein bisschen mit dem Thema, was ich heute gewählt habe, Obama und andere kommende Katastrophen, natürlich auch noch ein anderes Forum mit euch zu besprechen, also über den Obama zu reden. Aber es ist halt aktuell und wir müssen uns im Klaren sein, natürlich wissen wir, woran wir mit ihm sind, mehr oder weniger. Er ist programmiert darauf, von seiner Familie und den Leuten, die dahinter stecken, dass also alles den Bach runter zu gehen hat. Allerdings so in einer Art und Weise, dass es nicht zu sehr den blöden Leuten, also den meisten Leuten auffällt, sondern dass die das einfach nicht so richtig mitkriegen, damit man, ja gut, Gewalt muss schon auch sein, aber eben nur so dosiert, sodass sie es kontrollieren können. Nicht unkontrollierte Gewalt, weil das birgt ja immer die Gefahr, dass man es dann nicht mehr so kontrollieren kann. Und offenbar ist der Zeitpunkt noch nicht so recht da. Sonst wäre das ja alles schon, sonst wären wir alle schon massenhaft geimpft. Mit Zwang hier, mit Maschinenpistolen vor der Brust. Und dann hätten wir alle schon das Mahl auf der Stirn oder der Weltkrieg 3 und oder. Der Weltkrieg 3 wäre schon voll im Gange und es kämen jeden Tag tausende von Leuten reingeflogen, mit abgerissenen Armen, sonst wie zerstümmelt und verstümmelt und was weiß ich, aus Kriegsgebieten. Dann würden, deswegen haben wir gehört, vielleicht die Bundeswehr damals so riesengroße Transportmaschinen bestellt, haben sie dann wieder abgesagt, irgendwann. Nicht, weil es das Geld nicht gehabt hätte, komm. Die haben vielleicht gedacht, naja, also, oder der Zeitplan wurde verschoben oder so. Dann hätten die das eingesetzt so für die Leichentransporte, zurück aus dem Krisengebiet. Oder überhaupt manche Verletzte, muss auch sein. Okay, also Bomben hinfliegen und Leichen und Verletzte zurück. Ja, das ist doch ein ganz guter Deal. Sollte man sich beim Klaren sein. Alle, die von der Bundeswehr hier zuhören, auch vom MAD, M-A-D heißt das, oder MAD. MAD, ich finde das auf Englisch ausgesprochen, MAD. Das ist der militärische Abschirmdienst, das ist der, ja, Geheimdienst der Bundeswehr. Was ist privater alles? Inzwischen, das ist aber auch okay. Ja, also, das, damit müssen wir rechnen, dass sowas kommt. Naja, vielleicht ziehen sie die Schrauben auch noch ein bisschen an. Aber wenn es der Romney geworden wäre, das war ja schon im Voraus angekündigt, dann hätte es sofort eine Revolution gegeben. Nicht um der Freiheit willen, um das Wiedereinsetzen der Grundrechte, der dortigen Verfassung. Die haben ja eine Verfassung in den USA. Oder so. Oder, ja. Könnte man ja auch. Eine Revolution könnte man auch dafür machen, für die Freiheit zu kämpfen. Und, ähm, dass es allen Menschen gut geht und so, solche Sachen halt, ne. Aber nein, da wäre es um andere Dinge gegangen, nämlich darum, ihr wollt nicht, dass ein schwarzer Präsident ist. Und dann werden die Machetten, äh, rausgezogen und dann wird ordentlich drauf gemetzelt. Deswegen, ich meine, ja, gut, die Firma hat das ja, äh, alles vorbereitet. Steht alles parat. Ja, millionenhaft, äh, Plastiksärge, jeweils passt vier Leutchen rein. Kein, ganze Familie, rein da, stinkt's nicht so, wird oben versiegelt, alles zu. Ja, kann man stapeln. Also, gut durchdacht dann. Ähm, ja, also gut, das kann ja vielen Zwecken dienen. Aber diesmal, eben das sollte nicht sein bis jetzt. Und, äh, deswegen hat der Romney, ja, den haben sie irgendwie dann doch nicht so, so gepusht. Der andere Cousin ist geworden. Ja, gut, das bleibt in der Familie. Und, ja, ähm, aber der Ausbau der Schnüffel- und Polizeistaates geht munter voran. Und das nicht nur, ähm, in den USA, ja, sondern, das muss einem klar sein, das ist hier direkt vor der Nase. Oh, ja, was meint ihr, warum es die ganzen Kameras in London gibt, ne? Wer schon mal in London war, deswegen in jeder Straßenecke ist so ein Ding. Irgendjahr von irgendwo, von der, von dem Häuschen runter, äh, da, da, da geht gar nichts mehr, ohne dass sie dich, äh, überwachen. Ähm, ähm, und jetzt ist es also in den USA so, die TSA, ne, das ist ja so eine Untergruppierung der, äh, Heimatschutzbehörde, Department of Homeland Security, die heißt, äh, die will jetzt jede Reise, jede Verkehrsbewegung, jede Bewegung eines jeden Menschen Registrieren und überwachen. Ja, also, wenn du jetzt irgendwie schnell mal in den Laden musst, irgendwo um die Ecke, das wird aufgezeichnet, was machst du, wo gehst du hin, was meint ihr, wozu es diese Gratis-Handys alle gibt, damit man auch noch die alle überwachen kann, die man, wo man noch keine Kamera aufgestellt hat, oder? Sagt dir doch schon einer hier eben vorhin. Oh Mann, ähm, hier schreibt einer noch dazu, hier, wegen dem Verwandtschaftsgrad, ne, Obama, hey, Detlef, wo kommt Obama her, Romney, und andere Amerikaner aus der Politik, woher kommt Hermann van Rompuy und andere Gurus aus dem Europarat, he, 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 ja, genau. Können wir uns mal die Frage stellen, ne, oder? Guter Punkt. Ja, jedenfalls, ähm, ist es so, du sollst jetzt auf Schritt und Tritt überwacht werden, sie filmen ja auch schon, da gab es sogar schon Hollywood-Schinken, hab ich mal gesehen, äh, da filmen sie dich schon durch die Wände durch, ne, mit ihren Röntgenstrahlen, da haben sie so Fahrzeuge, ne, die stehen dann da irgendwo, da steht dann drauf irgendwie, äh, äh, was weiß ich, Avis, ich will ja keine Werbung machen für irgendwen, oder Herz, hat nichts mit Herz zu tun, das ist ein Mietwagen, Miet-LKW steht da irgendwo, in solchen Farben lackiert draußen, und innen drin eine schöne Röntgenanlage, sodass sie dich filmen können, wie du hier irgendwie was machst, in deinem, was weiß ich, Bettchen oder so, ne, keine Ahnung, und dann wird dir so warm ums Herz manchmal, und denkst, hoppla, das ist doch mitten im Winter, warum wird mir jetzt so warm, warum kann das jetzt wieder liegen, okay, das hat doch sicherlich nichts mit dem Lieferwagen da draußen zu tun, der da steht, ne, oder hier steht einer gerade, hier steht einer, SIX steht da drauf, S-I-X-T, in weiß lackiert, mit schwarzer Aufschritt, einem orangenen Strich, mit dem I, ja, okay, was soll ich jetzt machen, ja, ich muss alles mit Alufolie abklemmen, ja, das finde ich, aber das ist halt alles sehr ein bisschen mühsam, ja, okay, das ist nur so am Rande, nur, dass ihr wisst, worum es geht, ne, und das hört doch nicht, bitte auf, hier, in den USA und so, dass sie das machen, sondern, das passiert hier auch, vor Ort, ne, hier zum Beispiel, gefunden bei Gulli.com, da steht, ähm, Ausbau des Schnüffel- und Polizeistaates, Faschismus, Staat und Firmen sind eins, und hier geht es munter weiter, weiterer Einsatz von GEZ-Fahndern, geplant trotz der Neueinführung der Haushaltspauschale, die deshalb eingeführt werden soll, weil man damit weniger Fahnder braucht. Ha, 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 okay, das ist ja, ja, das ist auch interessant, also, wenn Link findet ihr da, könnt ihr das nach, wie viele es in den Details kommen, ne, und hier dann, ganz interessant, kurz vor dem, ähm, falsche Flaggen, ja, Hurricane, ne, sagen wir mal so, Frankenstorm Sandy, unterzeichnete Obama einen Kooperationsvertrag zwischen der DHS-TSA und der Privatwirtschaft. Och, das kennen wir doch. Das ist doch eigentlich nur eine elegante Übersetzung von Faschismus. Faschismus. Mussolini hat's doch schon gesagt. Faschismus ist, pscht, feindt mit, pscht, Faschismus ist, wenn Staat und Wirtschaft eins sind. Okay, gut. Ähm, in Form einer PPP, einer Public-Private-Partnership. Och, gibt's das hier nicht auch? Ah, die haben sie, die haben, ach, der Schröder war ganz intelligent, der hat das schnell anders genannt, ne, damit man das nicht so schnell, äh, im Internet, äh, alles miteinander vergleichen kann, ne, aber es ist im Prinzip dasselbe, ähm, wo also, ja, Staat und Wirtschaft verschmelzen, zu einer Gesellschaft, ne, und dann, die Bevölkerung unter dem Deckmantel der Sicherheit noch schneller und besser versklaven zu können. Ja, wir wollen euch doch alle sicherer machen, das geht nur im Gefängnis, da seid ihr sicher hinter Gittern. Okay, ja gut, das ist halt so, das ist aber schon, das haben sie vorher unterzeichnet, und es wurde dann schon teilweise umgesetzt, ne, bei Sandy, dann direkt zur Probe, ähm, was die Behörden bislang auch in den USA nicht geschafft haben, ist die Leute wirklich, ähm, sicherer zu machen, das heißt also, mehr, für mehr Sicherheit zu sorgen, oder für weniger, äh, Schaden zu sorgen, weil, denken wir mal an New Orleans, das war Katrina, war ja auch schon so ein Hurricane, ähm, da hat man sich nicht so richtig vorbereitet darauf, und hat dann auch in den Hilfsmaßnahmen elendlich versagt, ne, kann man alles nachlesen, oder, nehmen wir 9-11, den 11. September 2001, ähm, die teuerste, größte, mächtigste Militär, Nation der Erde, war nicht in der Lage, hereinfliegende, vermeintliche, entführte Flugzeuge, die irgendwie die Gebäude da zerstören sollten, mitsamt natürlich aller Passagier, und was, was ich, rechtzeitig abzufangen, um das zu verhindern, oder? und jetzt den Frankensturm Sandy, da waren sie nicht in der Lage, sich rechtzeitig auf solche Katastrophen vorzubereiten, die hatten nicht mal mehr Wasservorräte, und, ja, der Bürgermeister von New York, Manhattan, und so, ja, hatte da gar nichts vorbereitet, ne, hat dann nur gesagt, wir brauchen mehr Kohle, ne, wir müssen den Leuten mehr Rechte wegnehmen, dann wird's schon, ne, okay, ich will das auch nicht hier, ich bring das mal so ein bisschen lächerlich rüber, ich weiß das, und viele würden sich wünschen, ich würde das Tode Ernst hier runterlesen, wie im ARD und ZDF, Nachrichtenportal, Leute, die lesen da Lügengeschichtchen ab, die lesen das vom Blatt ab, oder vom Bildschirm, was sie ablesen sollen, ich mach das etwas anders, ich interpretiere die Informationen, die da sind, und geb sie wieder in einer Form, damit euch klar wird, dass man das gar nicht ernst nehmen darf, und wenn wir anfangen, diese Gruppierung der dominanten, irrsinnigen Minorität, ernst zu nehmen, da sind wir schon auf einem völlig falschen Dampfer, Leute, ne, oder, da sind wir schon fast auf der Estonia, ne, und die geht dann mit Sicherheit unter, also das wollen wir nicht, deswegen sage ich das so ein bisschen lustig, vielleicht, für den einen oder anderen, aber, wichtig ist auch, dass uns klar ist, was kommt noch bei Obama, das, was eigentlich schon alles vorher eingeläutet war, und hier beispielsweise auch umgesetzt wird, jetzt erst recht, ne, nämlich das Bürgerentwaffnungsprogramm in den USA, wird jetzt wieder voll angekurbelt, auch da, hier gefunden beim examiner.com, Feinstein, so heißt das übersetzt, Feinstein heißt das, wenn man so auf Deutsch liest, die gesagt hat, so, wenn der Obama wieder gewählt ist, dann werden wir erstmal richtig anziehen, nämlich hier die Waffen, alle zu verbieten, die verfassungsmäßig, allen Bürgern zustehen, wo kommen wir denn hier hin, dann haben wir Leute, die sich gegen uns verteidigen können, oder was, wenn wir hier unsere Grausamkeiten, unsere Tyrannei vorziehen, wir machen es genau wie in Europa und überall sonst, alle werden entwaffnet, damit sie sich nicht wehren können, wenn wir sie langsam, aber sicher abmurksen. Die Reaktion darauf ist natürlich, könnt ihr euch denken, dass die Leutchen, als sie schon ahnten, die haben in jedem Moment gehört, was hier weiter abgeht, in der Wahl, in den USA, also klar wurde, dass Obama mehr oder mehr gewinnt, hier den einen Start nach dem anderen, dann schnellten die Waffenverkäufe nach oben und wir hörten ja als erste Nachricht in den Matrix-Medien, die Wall-Street-Börse reagiert auf Obamas Wahlsieg, alle Kurse runter. Was wieder ein bisschen angezogen hatte, war Gold, noch nicht so spürbar, weil das wird ja künstlich reduziert, aber was explodiert ist, 10 Prozentpunkte sind die ganzen Waffenhersteller. Smith & Besson und wie sie alle heißen. Mann, die haben einen Rekordwert erzielen können, innerhalb von wenigen Minuten, nachdem das klar war. Weil sie wussten, jetzt gehen die Waffenverkäufe wieder hoch und die Leutchen, die sind ja auch nicht blöd. Ich meine, die Engländer, und da wird es ja auch in einem dieser Berichterstattungen, hier beispielsweise in einem Video erklärt, dass man also eigentlich ja häufiger auch mal mit Leuten aus England oder so telefoniert, man Kontakt hat und die dann sagen, ach, bei uns haben sie schon längst alle entwaffnet, wir sind ja alle entwaffnet hier in Europa, Schweiz ja auch schon, die dürfen also keine Munition mehr zu Hause haben, ja, Waffen können sie schon, die können sie nachher hinter irgendwelchen Leuten hinterher werfen, oder sich drauf abstützen, wenn sie dann angeschossen werden von den Sicherheitskräften. So quasi so als, ich mache das manchmal in so vielen, auch ganz lustig dargestellt, wenn man dann irgendwie ja, schlimmes Bein hat, dann stützt man sich auf sein Gewehr, aber dann nur noch so als Gehhilfe, aber schießen kannst du dann auch nicht mehr. So, ohne Munition, nichts los. Ja, so ist es. Und wie das dann aussieht, hat man schon mal vorgeschmackt, wird ja jetzt schon gemacht. In den USA kannst du zum Beispiel hingehen, Polizei, Terrorland, USA, ein dreijähriges Kind in irgendeinem Vorort von Washington D.C., uriniert da im eigenen Vorgarten, wie Kinder das ja manchmal so machen, die haben da ja auch noch nicht so volle Kontrolle drüber, im Garten lässt man sich auch mal so laufen. Und da kommt sofort die Polizei, die Mutter muss 2.500 US-Dollar Strafe zahlen, dafür, dass sie in ihrem eigenen Vorgarten ihr eigenes Kind und so weiter. Ja, so ist es. Das ist Polizeiland, Polizeiterrorland, USA. Da fahre ich erstmal nie wieder hin. Und wenn ich da mal irgendwelche Prozesse hier gegen die Leutchen, die mich hier terrorisieren in Europa, mache, dann mache ich das fernmündlich. Oder hier via Skype. Oder sonst irgendwie. Aber nicht persönlich. Okay. Da wollen wir es nicht weiter ausmachen. Aber das ist ja auch nur eine Sache, die einem klar sein muss, die weltweit stattfindet. Weil ich wollte da eigentlich auch mal drüber berichten. Ich bin einfach, ich komme ja nicht dazu und schaffe es ja gar nicht alles. Die haben sie doch auch hier im Dreiländereck. Ich erzähle das irgendwann, wo ich hier wohne, Schweiz, Deutschland, also BRD und Frankreich. haben sie eine angebliche, wie heißt es, Drogenfahndung gemacht, nach irgendwelchen Drogenbanden oder so, sind dann hier irgendwie mit Überfallkommandos, 60 Mann stark, hier durch diese kleinen, das sind die Kleinstädte hier, marschiert, sind in die Restaurants eingedrungen mit gezogenen Maschinenpistolen und was weiß ich, eben halt diese SWAT-Team Ausrüstung. Hubschraubereinsätze sind ja drüber geflogen, haben dann irgendwelche Restaurants sind sie rein und haben die Leutchen, Familien, die da saßen zum Essen terrorisiert. Wahrscheinlich sind das so Drogenhändler, Familie mit Kindern, wahrscheinlich Kinder am meisten, also die Minderjährigen. Ich rede nicht über Jugendliche. Okay, vielleicht im Schulranzen. irgendwelche Butterbrot-Drogen drin und so. Jedenfalls, also ging es hier heiß her und es stand am nächsten Tag in der Matrix-Medien, glaube ich, irgendwo sowas drin wie Großeinsatz der Polizei grenzüberschreitend um irgendwelche albanischen oder irgendwas, ich weiß nicht, ob es albanische waren oder so, Terror, nee, Quatsch, nicht Terror, sondern Drogenkartellbanden auszunehmen. Haben sie wahrscheinlich erstmal das Besteck der Familie konfisziert die da im Restaurant. Arsch! Mensch! Wie könnt ihr denn mit Messer und Gabel, das sind doch Waffen, hantieren! Wollte ich auch mal schon mal einen Artikel durchschreiben. Habe ich noch nicht geschafft. Aber kann man vielleicht nochmal nachholen. Okay, man ist ja nicht immer im Geschehen mitten dabei, mit Kamera und mit was weiß ich. Also dafür habe ich leider die Mittel nicht. Ich bin hier nicht so ein CBS-Reporter, der mit Hubschrauber dann angeflogen kommt und überall in die Krisengebiete der Polizei-Terrorland-Expeditionen hier einzudringen, um das aufzunehmen. Aber ich dachte, so erwähne ich mal. Also das geht hier schon munter los. Und die Wirtschaftszerstörung geht auch noch weiter. Stand hier, deutsche-Mittelstands-Nachrichten.de Kleinunternehmen und Mittelstand sollen ausradiert werden. Okay, da steht da nicht ganz so drin, sondern da steht nur Zwei Drittel der Mittelständler spüren den kalten Wind der Euro-Krise. Gut, ich habe das jetzt anders übersetzt. Die sollen ausradiert werden. Denn glaubt ihr, dass das auch nur einen Moment irgendwas mit einer tatsächlichen Krise zu tun hat? Komm, über den Punkt sind wir rüber. Da haben wir schon häufiger darüber diskutiert. Das ist inszeniert. Das ist gewollt. Weil man will die kleinen, die sich selbst erhaltenden Strukturen zerstören. Auch die Familie. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn jemand Neigung hat. Aber es wird propagiert, dass alle diejenigen, die sich nicht natürlich fortpflanzen können, dass die als Vorzeigepersonen gepusht werden. Und das ist bitteschön nicht ganz so klar zu verstehen. Wenn man eigentlich doch sieht, die Bevölkerungszahlen gehen runter und so und dies, dann müssen wir doch eigentlich gegensteuern und sagen, ja, da müssen wir noch mehr dafür tun, dass mehr Nachwuchs und dies und das. Nein, im Gegenteil. Es wird ja alles daran gesetzt, okay, für uns ist das jetzt nichts Neues. Aber ich erzähle das ja auch mal für andere, dass man eben irgendwie ja gerade das nicht möchte, dass sich die Sklaven weiter vermehren. Und wenn schon gar nicht eine Einheit bilden, zum Beispiel als Familie, Familienunternehmen, sich dann vielleicht sogar noch selbst autonom über die Runden bringen können. Nein, es muss immer zu groß, um kaputt zu gehen, sein. Ja, und es muss alles kontrolliert werden von den wenigen, die auch mit den US-Präsidenten verwandt sind. Irgendwie zumindest. Ja. Ja, also es muss einem klar sein, dass es hier also ein Programm gibt, was im Hintergrund abläuft, was uns wunderschön in den Matrix-Medien da so verkauft wird. Aber man muss sich schon überlegen, was hat das für einen Sinn? Was ist die Aufgabe all dieser Dinge? Und wie gesagt, das hat nichts mit Einzelschicksalen zu tun, das ist eine generelle Sichtweise. Und es zeigt hier, ja, also Ehen unter Homosexuellen werden gefördert, ist jetzt auch noch von der Kirche alles abgesegnet, also nicht überall, aber es geht. Und in Führungspositionen und politischen Positionen, zum Beispiel auch Familienministerium und so, da sitzen jetzt auch Leute, die an einer normalen Familie so, ja, kein Interesse haben oder, ja, wo das eben nicht der Fall ist. Ich, wie gesagt, das hat nichts mit einzelnen Schicksalen zu tun oder nichts damit zu tun, dass ich Neigung oder so irgendwie damit diffamieren möchte, sondern es ist einfach ein Zustand, der aufzeigt, dass gewisse Dinge gezielt gefördert werden. Zusätzlich natürlich zu all den Programmen, die laufen, um unsere Fruchtbarkeit einzuschränken. Ob es über Strahlung ist, ob es über Behandlung ist, Medizin ist, Wasser ist, ob es Nahrungsmittel sind, ob es das Ab- aus Loslösen von Stoffen aus der Verpackung wie Plastik und Kunststoff oder irgendwelche Arten, die dazu beitragen, dass unsere Gesundheit vor allen Dingen bei Hormonen und Fortpflanzungsmöglichkeiten empfindlich gestört werden. Ja, man kommt irgendwie dann doch zu der Überlegung, dass das eine gesteuerte Sache sein müsste, oder? Naja, wir wissen das, aber ich will es einfach mal so ein bisschen genereller in den Raum stellen, damit jeder auch bitte diese Information selbst recherchiert und nicht alles einfach nur so glaubt, wie ich es sage, ist ja klar, so alles muss immer noch mal selber recherchiert werden. Und auch zu den Stichworten, ich bringe natürlich nicht zu jedem einzelnen Wort und Satz und Gedanken, den ich hier äußere, dann auch den entsprechenden Link dazu, aber man kann das ja selber suchen. Im Internet ist das ganz einfach, ist das ganz klasse für uns, deswegen ist das Internet so wichtig und wir müssen da unbedenkt am Ball bleiben. Etwas Passendes dazu wird mir gerade hier zugestellt, Merkel macht Tempo. Muss ich fast nicht vorstellen. Was ist so? Heidehlef, jetzt sollen die Schafe zusammengetrieben werden. Der Metzger gibt Gas, das Schlachtfest rückt näher. Merkel macht Tempo, EU-Kommission soll Regierung Europas werden. Und hat einen Link dort auch zu deutsche wirtschaftsnachrichten.de gegeben. Ja gut, das ist mal die Aufgabe von dieser nicht legitimen Führung einer nicht Regierungsorganisation genannt BRD ist die Vorreiterin der geduldeten Machtübernahme. Denn ich meine allen ist das ja klar, wie die Lage eigentlich ist, die rechtliche Lage. oder meint die umgebenden Nationen, sofern sie noch Nationen sind und deren Regierungen wüssten nicht Bescheid, was es mit der NGO BRD auf sich hat, die nicht mitkriegen, sind die Bewohner. Oder nur wenige, ein paar werden jeden Tag mehr, aber die meisten kriegen es ja nicht mit, checken es immer noch nicht, um was es da eigentlich geht. was wirklich im Hintergrund abläuft. Die greifen natürlich gewisse Symptome auf und was auch richtig ist. Ich meine, das tue ich ja auch. Ich bin auch gegen Hartz IV, gegen alle möglichen anderen Ungerechtigkeiten und da muss man auch eingreifen, wo möglich. Aber das große Ganze muss man auch sehen, denn dann versteht man, wie das alles miteinander zusammenhängt, dann kann man auch eher Ansatzpunkte finden und je mehr, und das ist die Absicht hier auch meiner Sendung, je mehr da so ein bisschen dahinter kommen, wie die Zusammenhänge sind, auch wenn man nicht unbedingt überall immer gleicher Ansicht sein muss, es gibt ja auch viele Fragezeichen von Dingen, die ich auch nicht genau weiß, aber so vieles ist mir schon klar geworden und versuche das eben in meinen Sendungen auch deutlich zu machen, mit euch zusammen das weiter zu tragen, diese Informationen, um was es hier wirklich und echt geht. also ich danke dafür und ihr könnt mir gerne noch eine Menge solcher Informationen hier zuschicken, ja, keine Frage, ihr könnt auch den Chatraum nutzen, schauen wir mal hier, was hier, oh, soll ich das vorlesen, ist ein bisschen, ne, schlüpfe ich hier, oder, da steht hier, Ferkelchen stolpert nur über ihre eigenen Schenkelchen, Schinken genannt, was heißt das denn, okay, ja, naja, also, wie immer das jetzt gemeint sein mag, ja, jedenfalls ist es wichtig, dass wir, vor allem uns auch nicht Kirre machen lassen, wir haben schon keine Angst einjagen lassen von all diesen Geschichten, wir sind mächtig genug, wir sind stark genug, uns dagegen zu stellen, denn das ist ja das, was sie fürchten, dass wir uns zusammen tun, ne, zusammen, gemeinsam Informationen austauschen und dann sagen, nö, nö, das wollen wir nicht, machen wir nicht mit und so weiter, das wollen sie nicht, denn dann haben sie verloren, dann ist aus, ne, oder, okay, ja, Leute, also, wie gesagt, ihr könnt mir hier noch in der Sendung reinsenden unter radio.net ein paar von euren Informationen, Kommentaren, fragen, wenn ihr wollt, tut das, natürlich auch die Chaträume nutzen und gleich schon mal für alle hier vorbereiten, ich werde die Sendung nachher auch noch mal einspielen, als Wiederholung, heute wird es mit dem Video allerdings nichts mehr, weil ich nachher außer Haus muss, komme ich vielleicht erst morgen dann dazu, aber da kommt es dann auch schon nicht mehr drauf an, Obama ist eh, das war's, erst mal, wobei, ich meine, das verstehe ich auch nicht, der hat ja so viel Mist an der Backe, da ist ja ganz viel im Argen, oder? Da ist ganz viel schlimm, weil der wird ja gejagt, von allen Seiten, der hat ja nicht nur mit seiner eigenen Herkunft massig Probleme, sondern der hat ja auch ganz viele Fettnäpfchen, in die ist er auch reingetreten oder muss der reintreten, man weiß nicht, ob der das wirklich alles freiwillig macht, wo ihm also auch Strafverfolgung droht, aber es muss umgesetzt werden. Da wollen wir schauen, das kann also immer noch spannend werden, das heißt, nichts ist endgültig im Leben, das ist man auch, gell, ja, hier wird, steht hier, die Abstimmung Anti-Merkel ist schon genagelt für euch Deutschen, das meinte ich, ah, okay, der Steinbruch war doch schon beim Bilderberger Bewerbungsgespräch, ja, und außerdem ist er verwandt, wie ist man ja, er hat Verwandtschaftsgrad, ne, mit der Gruppierung, die uns beherrscht, ne, ja, einige wollen das einer bestimmten Religionszugehörigkeit zuschieben, das stimmt so nicht, ja, denn Religionen sind wiederum dafür da, uns gegenseitig, also, die Schuld in die Schuhe zu schieben und uns abzulenken von den wirklichen Dingen, die da geschehen, aber darüber diskutieren wir sicher auch nochmal, ein paar Mal, jedenfalls, ich gehe jetzt mal kurz in eine kleine musikalische Gehirnpause und sehe euch gleich wieder in der zweiten Stunde wird es hochspannend, ist der Dette vorwegendes Radio, für alle, die aufwachen wollen, ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimms und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt, jeden Dienstag und Donntag von 16 bis 18 Uhr zur europäische Zeit herein hören, mehr unter www.wikus.net und dann Keine Panik, keine Angst Kein Problem, ihr werdet sehen Wir haben euch ganz fest im Griff Und ihr habt nichts kapiert Jeden Tag wirst du geflischt Tausend Ohren können dich hören Tausend Mal hast du schon den Kürzern gezogen Und fragst dich stets warum Dein Recht auf die Verträge Lächtnoter Buchstabe ist Überwachung für die eigene Sicherheit Ich kann dich überall aufschüren Ich weiß immer was du denkst Die Freiheit wurde verkauft Big Brother is watching you Vielleicht heute oder morgen Eines Tages ganz bestimmt Werdet ihr mit nem RFID-Tipper sehen Wie Tiere vegetieren Die Medien gleich geschaltet Dein Denken kontrolliert Die Daten in meinem Archiv gespeichert Und du hast keine Chance Dein Recht auf die Fahrstelle Längst kurzer Buchstabe ist Überwachung für die eigene Sicherheit Ich kann dich überall aufschüren Ich weiß immer was du denkst Die Freiheit wurde verkauft Big Brother is watching you Hey, Big Brother 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 Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimms und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag kommt Sonntag von 16 bis 18 Uhr in der europäischen Zeit hereinhören. Mehr unter waknews.net Ja, und ist der Detlef zurück aus dieser kleinen Big Brother Pause. Das war nämlich Linksvortritt mit Big Brother. Passend, oder? Alles klar. Ja, und wir sind in der zweiten Stunde heutigen Sendung am 8. November 2012 und sind eigentlich mitten im Thema. Wir haben nämlich heute das Thema Obama und andere kommende Katastrophen. Und dazu haben wir uns jetzt ein bisschen mal auf den Obama in der ersten Stunde konzentriert. Wobei, da konnte ich ja noch mehr darüber erzählen. Aber ist die Frage, ist das wirklich notwendig? Die Leute, die hier zuhören, wissen eh schon ganz schön gut Bescheid. Aber es gibt immerhin noch mal ein paar interessante neue Aspekte. Und man sollte vor allen Dingen die Dinge zusammenfassen und miteinander verknüpfen. Kombinieren. Wie hier schreibt einer, hallo Detlef, du hast recht, die Leute sollten mehr darüber nachdenken, beziehungsweise wie Nick Knatterton gesagt hätte, ich kombiniere. Man sollte viel mehr kombinieren. Wer den nicht kennt, den Nick Knatterton, das ist also, ich weiß nicht, kam aus den 30er Jahren oder sowas. Das ist so eine Comic-Zeichnung. Klasse, ich habe mir das auch häufiger mal angeschaut früher, in meinem früheren Leben. Okay, klasse. Ja, nee, das ist wirklich so. Wenn man nämlich nur bei den Symptomen anfängt. Also das ist ja wie, wenn du selber krank bist und da hast du Kopfschmerzen und so. Dann, ach, da fühlst du dich natürlich gar nicht wohl und versuchst was gegen die Kopfschmerzen zu machen. Der eine trinkt dann eine halbe Flasche Wodka. Also bitte, das sind keine Tipps hier. Ja, ich bin kein Gesundheitsexperte. Verkauf auch kein Wodka. Oder macht irgendwas anderes oder schmeißt irgendeine Tablette rein oder so. Aber häufig ist das ja irgendwie nur ein Symptom von irgendeiner anderen Sache, die einem, die nicht richtig gut funktioniert. Das können ganz viele verschiedene Sachen sein. Manchmal sogar Sachen, die eigentlich gar nicht in einem direkten Kontext stehen miteinander. Auch diese Fälle gibt es, wo man Beschwerden hat und eigentlich die Ursachen ganz andere waren. Ich weiß das sogar aus meinem Familienkreis. Dass jemand dort schlechte, also mit dem Herzen Probleme kriegte und ständig umkippte und auch ohnmächtig wurde und so. Und wir uns dann richtig Sorgen gemacht haben, vielleicht das Herz nicht in Ordnung und dies und alles untersucht. Und da lag es an den Zähnen. Ja, da mussten drei oder zehn oder was oder noch mehr rausgezogen werden, weil die waren irgendwie hinüber. Und das hat er alles bei Schluss. Okay, danach ging es unglaublich viel besser weiter. Nur ein Beispiel. Sag nicht, dass alle Kopfschmerzen sind, dass man dann drei Zähne ziehen muss. Bitte nicht falsch verstehen, ihr Leutchen. Okay, das ist unser Rande. Also Obama, den Zahn haben wir uns gezogen. Der bleibt uns leider erhalten. Die Katastrophe bleibt hier. Die wird sich verschlimmern. Aber vielleicht wäre es mit Romney noch schlimmer geworden. Also insofern, den können wir ein bisschen besser schon einschätzen mit den Missetaten, die er schon getan hat und tut. Und die Mannschaft, die er da zusammen hat. Da wissen wir schon, welches Übel auf uns zukommt. So, Vorteile. Und der hat auch viel am Dreck, am Stecken, wo er schon bereits verfolgt wird. Vielleicht erwischen sie ihn. Schaut mal. Tu mal alles dran, um das mit aufzuhelfen, aufzudecken, oder? Soweit wir können. Nur die Wahrheit suchen. Ob wir es finden? Nein, wir werden sehen. Okay, das ist also ein guter Punkt. Vielen Dank für den Kommentar mit Nick Knatterton, mit dem Kombinieren. Das ist sicherlich eine wichtige Sache. Hier steht, hi Detlef, Kinder und vermehret euch. Das sind alles auch christliche Werte, die sie ausschalten wollen. Schreibt hier jemand? Das kann durchaus sein. Okay, aber wir haben natürlich noch ein bisschen mehr auf der Platte hier. Denn ich habe natürlich auch geschrieben und andere kommende Katastrophen. Da kann man natürlich vieles darunter verstehen. Natürlich haben wir unser Auge auch weiter hier drauf auf den Weltkrieg 3. Das ist natürlich auch immer eine Sache, die sie jederzeit vom Zaun brechen können. Denn da wird im Moment zwar nicht viel darüber berichtet, aber das heißt nicht, dass sie nicht auch wieder mächtig aktiv sind, da die Dinge voranzubringen. Und natürlich auch noch die nicht zu kalkulierenden anderen falsche Flaggenattentate, die noch geschehen können, wie zum Beispiel Nuklear-Terroranschläge. Falsche Flaggen natürlich alles. Wo sie auch schon mal gesagt haben, sie wollen irgendwelche Städte nieder und so weiter. Müssen wir auch im Auge behalten. Das ist klar. Aber es kann durchaus eben auch zu den Dingen kommen, die wir ja für 2012 vorhergesehen oder erwartet haben, ohne hier Angst oder Schrecken zu verbreiten. Das ist ja nicht die Aufgabe, die wir hier haben, sondern einfach nur uns darüber im Klaren zu sein, dass diese Dinge geschehen. Und wir spüren es ja alle, dass irgendwas in der Luft liegt, dass sich Dinge verändert haben. Und darüber haben wir schon viele, viele Male berichtet. Und ihr könnt das selber auch beobachten. Ich kriege auch immer wieder Meldungen rein. Es ist nicht immer im ersten Fokus, weil wir natürlich auch andere Dinge haben. Und manchmal fragt man sich, war dieser ganze US-Show-Präsidentschaftskampf dort eine Ablenkung von irgendwas? Das hat ja Milliarden gekostet. Aber das ist wiederum auch nicht wirklich ein Problem, weil diese Milliarden werden ja von denen, die das dort hineinpumpen, aus dem Nichts geschaffen. Also es geht nicht wirklich darum, dass irgendwie Gelder vergeudet oder irgendwie wurden. Das ist nicht wirklich das Problem. Aber die Medien waren vollgepopft davon. Die Leute hatten sich nur damit beschäftigt. Die Amerikaner waren nur noch, also die meisten, die den Durchblick nicht so haben, waren damit beschäftigt, jetzt den einen oder den anderen Kandidaten zu wählen und sich dafür zu engagieren. Und jetzt sind sie enttäuscht. Also es geht nochmal zwei Wochen, bis sie das alles überwunden haben. Und die anderen sind noch zwei Wochen lang im Freudentauel, bis sie irgendwann obdachlos irgendwo unter der Brücke aufwachen und feststellen, hoppla, das Handy, was er mir geschenkt hat, ist doch gar nicht angekommen. Ach, leider können wir das leider im Moment nicht rausschicken. Der Hersteller hat Produktionsprobleme. Außerdem wird die Produktion gerade nach China verlegt. Oder sowas. Okay. Aber da wird schon noch der eine oder andere übel erwachen dabei. Das ist gar keine Frage. Nein, es geht auch noch um andere Dinge, die hier eine Rolle spielen. Und ich berichte darüber ja auch. Nämlich so etwas wie, was passiert eigentlich in unserem Universum, in unserem Sonnensystem. Und da habe ich eben auch ein paar Hinweise wieder gefunden. Ich habe auch ein paar ganz schöne Hinweise gefunden. Die habe ich aber hier nicht mal reingebracht, weil sie auch gleich kontrovers diskutiert wurden. Im Internet zu Recht wahrscheinlich, weil nicht alle diese Informationen sind natürlich auch 100% abgesichert oder, wie soll ich sagen, seriös. Die werden dann schnell verteilt und man muss dann aufpassen, dass man da nicht irgendwas reinpostet, was naja nicht stimmt oder eher dann kontraproduktiv ist. Deswegen hatte ich da einen Bericht, den ich schon vorbereitet hatte, wieder gelöscht. Weil mir das doch ein bisschen zu komisch vorkam. Will ich auch gar nicht darüber berichten. Lohnt sich nicht. Aber es gibt natürlich Dinge, die passieren. Und das ist hier zum Beispiel der sogenannte Comet 2012 S1. Da gibt es also da einen entsprechenden Bericht darüber. Da habe ich ein Video verlinkt. der also uns auch hier vielleicht einige Überraschungen bringen kann. Aber das ist natürlich auch wieder eine Frage, wie werden diese Bahnen berechnet? Stimmt das? Und so weiter. Wenn Hobby-Astronomen zuhören oder so, wissen ja, dass man auch dort nicht den ganzen Überblick hat, sondern auch angewiesen ist auf Instrumente, die in der Hand eben der wenigen sind. Ob das jetzt NADA-Informationen sind über deren fest installierte Beobachtungssatelliten oder die erdgestützte Überwachung oder eben zum Beispiel Google Sky und so. Das sind natürlich alles auch manipulierbare Instrumente. Das wissen wir. Manchmal machen wir hier das Stereo-ahead-and-Stereo-behind-Teleskop sehen, das also vor und hinter der Sonne platziert ist. Da fallen dann mit einmal stundenweise, vielleicht manchmal auch länger, die Übertragungen aus. Keiner, ja, was willst du da machen? Sie selber kannst du das ja nicht nachvollziehen. Und so weiter. Wir hängen da so vollkommen ab, auch von den Informationsmonopolen dieser mächtigen. Das haben die geschickt gemacht. Man muss eigentlich schon sagen, die haben uns unglaublich in der Hand gehabt. Teilweise immer noch. Und bauen uns hier Märchenschlösser auf vor unseren Augen, dass einem Angst und Bange wird, wenn man dahinter blickt. Aber es gibt trotzdem natürlich Warnhinweise, die auch schon ein bisschen älter sind teilweise, auf die wir uns immer wieder rückbesinnen müssen. Und hier gab es zum Beispiel diese Berichterstattung von vor einigen Jahren, nämlich die Solar Flare Disasters, die für 2013 vorgesehen sind oder angekündigt wurden. Auch von Wissenschaftlern, die auch mit NASA zu tun haben, aber nicht nur, sondern von russischen Wissenschaftlern, die vorhergesagt haben, das ist jetzt, und das ist, glaube ich, ein zwei Jahre alter Bericht, ich glaube, das war 2010 oder 2010, ja, 2010 muss es gewesen sein, wie sie gesagt haben, es wird also zu einem Ausbruch der Sonne kommen können. Wir hatten übrigens zum Beispiel heute auch wieder einen M-Flare, der war vollkommen unvorbereitet, der kam wie aus heiteren Himmel. Und so ein Ding kann natürlich mit einmal losgehen und kann etliches beeinflussen, auch wieder das Magnetfeld der Erde und so weiter. Aber auch eben andere Planeten in unserem Universum, in unserem Sonnensystem, werden da unter Mitleidenschaft gezogen. Und ein ganz anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch diese Wolke, die vielleicht auf uns zukommt, durch die wir gehen, in der wir vielleicht schon drinstecken, diese Energiewolke in unserem Sonnensystem, die in unserer Milchstraße, durch die wir durchgleiten, angeblich, die uns beeinflusst. Es gibt verschiedene Sichtungen, verschiedene Himmelskörper, das haben wir auch schon häufiger darüber berichtet. Im Moment ist das nicht ganz so intensiv, diese Berichterstattung, zumindest verfolge ich die nicht so intensiv und suche nicht so direkt danach oder habe nicht so danach gesucht. Aber ich werde das natürlich auch wieder tun, weil auch schon für diesen Monat ja wieder einiges vorhergesagt wird. Nämlich am 27.11. Da haben wir wieder eine stellare Konstellation, die möglicherweise Einfluss hat auf das, was hier auf der Erde passiert. Und wir wissen, da können mit einmal Dinge losgehen. Wir hatten ja jetzt hier heute oder vergangenen Nacht wieder Erdbeben zu verzeichnen. Da hatten wir eins mit 7,4 beispielsweise und das nicht von schlechten Eltern, denke ich, oder? Das war nämlich in Guatemala und zwar auf der pazifischen Seite, also am Feuergürtel des Pazifiks entlang. Und da gab es also schon, ich glaube, inzwischen 50 Tote oder was auch immer. Und das war also direkt vor der Küste von Guatemala. Und wer das nicht so zuvor Augen hat, das ist quasi so diese Zunge zwischen dem nordamerikanischen Kontinent, also Mexiko auslaufend, bis hin rüber zum südamerikanischen Kontinent. Das ist ja nur eine relativ schmale Landmasse. Und da hat es also ordentlich gewackelt. Aber nicht nur da, sondern es gab also auch Vancouver Island, also ein bisschen nördlicher daneben oben, vor der kanadischen Pazifikküste, ein entsprechendes Erdbeben mit irgendwo zwischen 6,3 und 6,4. Die manipulieren da diese Zahlen ständig hin und her. Da weißt du auch nicht genau, was da stimmt oder nicht. Dann wird auch wieder von Yellowstone berichtet. Nur Yellowstone wird nirgendwo richtig aufgezeigt. Yellowstone, für diejenigen, die es nicht genau wissen, was das ist, das ist also dieser Bereich, dieses Riesenvulkans in den USA. Das ist dann ein Naturschutzgebiet. Und das ist ständig in der Bewegung, das da. Da gibt es ständig alle möglichen Erdbeben und so weiter. Und wenn so ein Ding da wirklich mal den Magmaherd unten aufreißt, dann Prost Mahlzeit. Wenn dann da mal was rauskommt, dann ist die Welt aber am Wackeln. Da kann also einiges passieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch hier wieder unser Augenmerk drauf richten. Das werde ich auch wieder mehr vermehrt tun, jetzt hier in der nächsten Sendung, weil jetzt haben wir diesen Obama-Spuk und diesen US-Präsidentschaftsspuk hinter uns. Eben vielleicht eine riesengroße Ablenkung von all den Dingen, die möglicherweise auf uns zukommen. Hier gibt es zum Beispiel auch wieder Hinweise zu Polsprungen. Auch das ist ja immer eine Variante, die jederzeit passieren kann. Eben wenn irgendwelche Kräfte auf uns einwirken sollten. Und NASA angeblich hält für uns geheim, dass es eine Störung da im Magnetfeld gibt und so weiter und so weiter. Auch heute dieses M-Flare, also dieser M-Auswurf der Sonne hat offenbar auch ist durch unser Magnetfeld durch gekommen, hat dort also Spuren hinterlassen. Also man weiß nicht, was das alles bedeutet. Und die Vorhersage, dass es in 2013 eben zu solchen massiven Dingen kommen könnte, das bedeutet nicht unbedingt jetzt etwas Gutes für uns. Das heißt, wir sind dann halt gezwungen und mit der Situation fertig zu werden. Und nochmal, wir haben das schon das letzte Mal intensiv darüber diskutiert und während Sandy. Da sieht man ganz genau, was passiert, wenn unvorbereitete Leute sich einfach sagen, ja, der Staat wird es schon machen. Die werden sich schon für uns sorgen. Wir haben ja FEMA. Wir haben ja die Katastrophenschutzbehörden. Egal jetzt, wo das ist. Aber wir müssen eines wissen, der Staat, die Regierungen, die machen nichts für die Bevölkerung und schon gar nicht in dieser Beziehung. Und das wird ja sogar teilweise von den zuständigen Leuten hier bemängelt. Also in der BRD hatten wir das letzte Mal schon erwähnt, als wir über Sandy sprachen, dass dort auch geplant ist und kritisiert wurde, dass man eigentlich nicht genügend darauf vorbereitet ist und so weiter. und letztendlich musst du zusehen, für dich selbst zu sorgen. Anders geht es nicht. Und wir haben, das ist der Teil bei der ersten Radiosendung gewesen, 1. März 2011, dass wir uns über dieses Thema Gedanken gemacht haben und Survival oder Vorbereitung auf solche Fälle ist das non plus ultra für alle von uns. Egal, welche, wie soll ich sagen, welcher Glaubensrichtung man angehört, welche Ansichten man hegt, ob man nun rechts oder links ist, was ja sowieso vollkommener Quatsch ist, das sagte ich ja vorhin schon. Auch diese, dass man sagt, eine Religion sei schuld oder die Angehörigen einer Religion seien schuld, egal ob es jetzt Muslime sind, ob es Juden sind, ob es irgendwie, bei anderen sind es wieder Christen und bei anderen sind es die Buddhisten oder Hinduisten und das ist vollkommener Quatsch. Das ist nur eine künstliche Aufteilung der Menschen in bestimmte Gruppen, die man gegenseitig gegeneinander aufhetzt. Was anderes ist das nicht. Das sind nie Religionen, es sind nie solche Sachen, es sind immer Menschen dahinter und es sind immer Absichten dahinter, um es eben gegenseitig fertig zu machen. Das ist genau wie in diesen politischen Richtungen, rechts, links, rot, grün, blau, schwarz, was weiß ich, was es alles gibt. Rot habe ich gesagt. Das sind alles auch wieder nur so, die eine Gruppe kämpft gegen die andere. So ist das halt. Früher war es Ost gegen West und solche Sachen. Kommunisten gegen Kapitalisten. Das war letztendlich vollkommener Quatsch, weil es hat nie einen wirklichen Kapitalismus gegeben, um mal diesen Begriff zu erläutern. Sondern es ist immer entweder Kommunismus oder Sozialismus gewesen. Das ist immer das Gleiche. Das heißt, eine kleine Gruppe von Mächtigen, die alles kontrollieren, der eine wird rot versklavt, der andere wird schwarz versklavt. Das ist aber letztendlich das Ergebnis das Gleiche, nicht Versklavung. Das ist ganz einfach. Wenn man das mal kapiert hat und sich damit nicht mehr beschäftigt, sondern versucht, hinter die Kulissen zu schauen, warum das gemacht wird, weshalb und wer dahinter steckt und wem es nutzt, dann ist man diesen wesentlichen Schritt gegangen und vergeudet seine Energien nicht, jemanden zu bekämpfen, wo es sich nicht lohnt, den zu bekämpfen, sondern mit dem man eigentlich zusammenarbeiten müsste, um das zu bekämpfen, was dahinter steckt. Das meine ich damit. Okay. Das heißt nicht, dass man mit jedem immer auskommt und so. Ja, das ist klar. Aber man kann es versuchen. Vor allem, wenn man diese Paradigmen ein bisschen zur Seite schiebt und sagt, nee, das muss nicht sein und auch nicht dogmatisch ist, sondern einfach versucht, klar zu bleiben, im Kopf alles für möglich zu halten, ich weiß, das ist schwer, aber und sich nicht eben zu sehr in irgendeine Ecke drängen lässt und dann nur noch das eine glaubt und nichts anderes mehr. Ich weiß, das ist auch einfach. Etwas einfach zu glauben und zu sagen, nur so ist es und alles andere geht nicht und so. Ja, naja. Okay, das ist wichtig, dass wir das versuchen zu lernen. Das ist ja auch ein Teil oder Bestandteil des Bewusstwerdens, dass man sich darüber im Klaren wird, dass es andere Dinge gibt, die viel wichtiger sind, nämlich, dass wir alle zusammengehören, dass wir alle eins sind, dass wir alle, ja, eigentlich eben deswegen in so Gruppchen, die sich gegenseitig bekämpfen, gebracht wurden, damit wir das eben nicht erkennen, damit wir uns nicht zusammenschließen. Das ist so wichtig, denke ich, oder? Ja, jetzt müssen wir eben dann sehen, was diese, wie soll ich sagen, diese universellen Dinge für uns bedeuten, dass sich was verändert und dass ständig auch unsere Erde und unser Sonnensystem in Bewegung sind und überhaupt alles in Bewegung ist, müsste uns klar sein, dass kein Moment immer der gleiche ist, sondern dass sich immer alles wieder in einer neuen Situation darstellt, müsste einem klar sein und eben, da ist 2012 angesagt als das, was wir eben erleben sollen und viele sagen, 21.12, das haben wir schon häufig diskutiert, sei eben der Beginn einer neuen Zeit nicht der notwendige Weise der Untergang der Welt, wie es fälschlicherweise dargestellt wird, das glaube ich eben auch nicht, dass die Welt in der Form untergeht, aber wir werden vielleicht eine andere, eine andere Art der Wahrnehmung erleben und Einflüsse auf uns. Viele sagen am 12.12.12, 12, 12, 12, wenn man die Numerologie glaubt, dem es ja auch anhängen, die Dominanz irrsinnige Minorität, ja, dann, ja, was soll ich da machen? Dann, ja, da muss man eben einfach einfach auf alles gefasst sein und das ist am einfachsten, wenn man eben sich vorbereitet und, ja, und, eben alert ist, ne, und dann machen wir wieder mal eben unseren, unseren Haaren. Ja, ne, dann wecken, wachen wir auf, ne, ähm, ähm, ich muss mal gerade eben niesen, deshalb applaudiere ich mir gerade mal. so kann man es auch machen. Okay, ähm, ihr schreibt beinahe hier, Detlef wollte mal gern wieder einen Musikwunsch abgeben, würde mich freuen, mal wieder Love, Peace, Freedom von Remo zu hören. Ja, Leutchen, ich habe meine ganzen Musikdateien alle nicht mehr so wie vorher, ich habe mir mühsam das eine oder andere wieder zurück organisiert, aber eben alles habe ich noch nicht wieder. irgendwann, wenn ich sie da habe, äh, vielleicht, gell, aber jeder, der hier zuhört, auch Musiker, ähm, DJ, Produzent und so, kann mir gerne ja seine Musik reinschicken, ich höre mir es gerne an, vielleicht spielen wir es dann auch, ne, kann er sagen. Können wir machen, ne, keine Frage. Also, ihr könnt mir hier noch was reinsenden unter Radio, übrigens, von net, wer hier zum Thema oder was anderes hat, äh, gerne können wir das mit reinnehmen, ne, oder den Chatraum nutzen, keine Frage, nicht schlecht, gell, okay, was haben wir hier noch, ähm, wie gesagt, ich bin ja, ähm, der Ansicht, dass es irgendwas geben muss, worauf sich die Elite, in Anführungszeichen, vorbereitet, nämlich, ähm, dass es irgendetwas gibt, was ihr, ihre Existenz auch, in Frage stellt, oder bedroht, ja, denn sonst hätten wir nicht diese ganzen Vorbereitungen, die die ja hier, äh, seit, Uhrzeiten, sag ich schon, aber seit, seit, geraumer Zeit, auf unsere Kosten gemacht haben, und sich da irgendwelche Paläste unterirdisch gebaut haben, welcher Form auch immer, also irgendwas wird kommen, bin ich ganz überzeugt davon, ich hab da auch einen Kommentar, hier in einem Video gesehen, und sagt, ja, gut, natürlich, klar, kann das alles passieren, aber da müssen wir eben damit leben, das, dafür sind wir jetzt da, nicht, das sollen wir alles mitkriegen, wer sitzt schon dann in der ersten Reihe, ne, okay, dann sagen viele, oh, hab Angst vor Schmerz, und was weiß ich, was alles kommt, ja, haben wir alle so ein bisschen Respekt vor all dem, vor allen Dingen, was wir nicht wissen, was kommt, aber warum willst du dir Gedanken machen über etwas, ähm, was du eh nicht ändern kannst, besser ist es, man macht sich Gedanken, was kann ich tun, und was man tun kann, ist eben, mitzuhelfen, dass wir, zumindest es mal, die Missstände in der von uns wahrnehmbaren Form, in der Matrix, in der wir uns befinden, aufzudecken, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, denn das ist vielleicht auch, äh, äh, der richtige Weg, das habe ich auch irgendwie gehört, ähm, jemand kritisierte, ja, es wird zu viel hier von den Medien geschrieben, also diesen neuen Medien, so auf die Aufklärung, und die Missstände, und dies, und jenes, und, aber, was hat es wirklich gebracht, was hat es genutzt, ja, sie für Energie, für sowas aufzuwenden, und das stimmt, es ist ja viel Arbeit, es ist viel Energie, es ist viel Mühe, ähm, und man kämpft, hat man manchmal das Gefühl, wie gegen Windmühlen, mit seiner Arbeit, ja, wobei, man natürlich auch positive Erlebnisse hat, man wird ja auch, äh, geschätzt, durchaus, von vielen, und, und die Arbeit, die man da hineinsteckt, und das geht ja nicht nur um mich, es geht um viele andere, die diese Sachen machen, aber, ähm, es ist doch so, und das ist wiederum etwas, darüber kann man auch mal nachdenken, der Weg ist das Ziel, das hat schon mal ein Philosoph, äh, aus China gesagt, der Lao Tse, äh, äh, vor vielen, vielen Jahrhunderten, ja, der hatte sich da auch sicherlich irgendwas dabei gedacht, das heißt, wir machen uns, äh, oder wir setzen uns häufig Ziele, und wollen irgendwas erreichen, aber stellen dann fest, und bitte, das habe ich auch selbst persönlich erlebt, dass die Dinge, die man sich vorgenommen hat, äh, entweder überhaupt nicht zu erreichen sind, oder nicht erreicht werden, oder genau das Gegenteil passiert, oder man sogar, wenn man zu sehr an diesem Ziel festhängt, man Schaden erleidet dabei, ja, und das muss einem ja zu denken geben, das heißt also, die Ziele, die man sich selbst setzt, oder, ähm, vermeintlich, äh, Ziele, die einem erstrebenswert erscheinen, ja, und wenn es dann auch noch materielle sind, dann kann es natürlich komplett in die Hose gehen, ne, wenn es ideale sind, dann ist das noch eine andere Sache, aber unabhängig mal davon, kann es wirklich so sein, dass wir eben einfach dieses Leben so erleben sollen, wie es passiert, ja, und dass das die Erfahrung ist, die wir mitnehmen sollen, natürlich, haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, ist die Frage, wie formuliere ich meine Ziele, wie setze ich sie um, tue ich es mit dem Kopf allein, oder setze ich auch mein Herz ein, und man muss beides tun, denn man hat ja beides, ähm, aber eben in einem ausgewogenen Maße, und hier ist es, glaube ich, wichtig, äh, jetzt, vor allem in dieser Zeit, auch aufs Herz zu, zu hören, um das nochmal klar zu machen, für alle diejenigen, die da Zweifel haben, denn mit dem Verstand kannst du vieles, was du in der Matrix erlebst, äh, vielleicht bewerten, aber das Herz hat auch die Möglichkeit, darüber hinaus in andere Bereiche vorzustoßen, wo das Gehirn, wo der Verstand nicht unbedingt mitmacht, weil der Verstand stark geprägt ist, natürlich durch die Ausbildung, durch die, äh, Eindrücke, durch die Konditionierung, die wir hier in der Matrix erleben, ja, natürlich haben wir auch die Möglichkeit, der eine mehr, der andere weniger, äh, ich sag's jetzt mal sehr generell, zu abstrahieren, dafür ist der Verstand natürlich auch gedacht, das heißt, so, ähm, von Emotionen frei, Entscheidungen treffen zu können, vorzubereiten, oder so, aber dennoch, letztendlich, dass die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, äh, ohne dass ich jetzt sagen kann, ich bin damit materiell erfolgreich, ne, also die Werte der Gesellschaft, da reiche ich damit nicht, wenn ich das Herz einsetze, ne, sondern, ähm, ich erreiche andere Möglichkeiten, und das ist doch das, was uns hier hilft, in der Bewertung dieser möglichen anderen Katastrophen, in Anführungszeichen, die die DIMS fürchten, und glaub mir, die müssen irgendwas fürchten, egal welche Art, äh, das ist, ob es etwas ist, was aus unserem Sonnensystem kommt, durch irgendwelche Konstellationen, äh, vielleicht wissen sie mehr, über zum Beispiel, einem ausbrechenden, äh, großen, äh, aus der Sonne, durch was auch immer, äh, äh, das, äh, kommt, das hier auf die Erde treffen wird, und quasi alles versengen würde, auf der Erdoberfläche, oder vielleicht auch dazu beitritt, äh, beiträgt, äh, äh, dass hier die Erdkruste sich verschiebt, oder sonst irgendwas, ja, dass sie das fürchten, und deswegen ihre unterirdischen Anlagen, äh, gebaut haben, oder ob es, äh, andere Dinge sind, die sie erwarten, aber die, die sich eben nicht schützen können, durch materiellen Aufwand, die eben diese materiellen Dinge nicht zur Verfügung haben, äh, wie gehen die dann damit um, sind das von, sind das per se Opfer, oder haben die vielleicht auch ihre Möglichkeiten, auf diesen, auf diese Situation einzugehen, und dann kommen wir wieder in diese Frage, die wir auch vor kurzem mal wieder in einer Unterhaltung, äh, äh, jongliert hatten, äh, jonglier, das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, weil das ist ja auch immer ein bisschen gefährliches Pflaster, wenn man darüber diskutiert, weil viele ja auch, äh, so ihre Ansichten haben dazu, was eigentlich der Tod ist, ja, und da müssen wir uns auch nochmal drüber klar sein, äh, weil davor haben die meisten ja Angst, die haben Angst vor dem Tod, weil, ja, dass ihr Leben, ihr Dasein, das, was sie überblicken können, abrupt beendet, ohne dass sie einen Einfluss darauf haben, und sie nicht wissen, was danach geschieht, jeder hat sich schon mal bei uns die Frage gestellt, glaube jeder, ne, was, was passiert eigentlich, wenn ich tot bin, oder, äh, was bedeutet das eigentlich, ne, der eine, der kommt in Panik, der denkt, ja, ich hab, man kann nicht den Stall noch nicht fertig gebaut, was passiert da, wenn ich einfach versterbe, ne, ist das Ding da noch halbfertig, ne, das ist jetzt mal ein bisschen spaßig, ähm, andere haben wieder, ja, was mach ich mit meinem Lebenswerk, oder was passiert mit meiner Familie, oder was auch immer, ja, irgendeine Gedanken machen wir uns alle zu diesem Thema, und viele haben natürlich auch Angst, ähm, vor der Art und Weise zu sterben, wie man zu Tode kommt, und der eine stellt sich vor, oh, der sieht das ja auch als Beispiel, wie ist das eine eigene Familie gewesen, äh, wenn Vater oder Mutter oder sonst irgendein Verwandter in hohem Alter verstorben ist, vorher zehn Jahre krank im Bett gelegen, oder sonst irgendwas schwer krank, nicht gerade ein sehr erstrebenswertes Dasein vielleicht geführt hat, ähm, ja, überlegt man sich, ich meine, ob das vielleicht einem selber auch passieren könnte, ne, wie das dann aussieht, ob man das überhaupt ertragen kann, viele fragen sich das, ne, oder, äh, andere wiederum, die ja Angst haben vor einem gewaltsamen Tod, ne, eben durch so eine Katastrophe, was passiert, wenn so ein Ding hier runterfliegt, so ein Asteroid und hier alles durcheinander wirbelt, und dann fliegen einem hier die, äh, was weiß ich, die Autos um die Ohren, ne, quasi so vom Wind oder so, wie sieht das dann aus, ne, ja, natürlich, vor Schmerzen Angst haben, ja, vor Gewalt Angst haben, das ist, glaube ich, auch eine ganz natürliche Reaktion, äh, von uns Menschen, weil wir eben sowas erleben können, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich ist es in anderen Daseinsformen, die so nicht, da diese Möglichkeiten haben, anders, nicht, dass man das gar nicht erlebt, dass es auch dieses Sterben vielleicht gar nicht gibt, und was wir hier erleben, das wissen wir nicht, aber das sind wiederum schwierige Diskussionen, aber ich denke, das ist in diesem Rahmen durchaus mal legitim, dass man darüber nachdenkt, oder, weil viele eben Angst haben vor irgendwelchen solchen Einwirkungen, oder ob es Vulkanausbrüche sind, oder Atomkraftwerke, die dann hier durch irgendwelche Naturkatastrophen dann Vergiftungen verursachen, oder explodieren, oder sonst irgendwas, oder, das ist alles möglich, ja, aber wenn man sich zurückbesinnt, auf diesen Satz vom Laozi, der Weg ist das Ziel, dann gibt es vielleicht Dinge, die wir gar nicht selbst beeinflussen können, die wir vielleicht einfach so nehmen müssen, so aufnehmen müssen, und ertragen müssen, wie sie passieren, ja, und darüber muss man natürlich auch mal nachdenken, weil es ein, ja, weil es uns vielleicht bevorsteht, weiß nicht, ähm, es ist abrupt, ja, so ein, so ein Verscheiden aus dieser Matrix, machen wir uns doch nichts vor, wir sind, wir leben in einer Matrix, wir sind hier in eine Matrix hineingeboren, ob man sich nun dazugehörig fühlt, oder nicht, oder inzwischen sich da schon so, zumindest gedanklich, aus dieser Sache verabschiedet hat, aber es ist letztendlich so, ähm, dass, äh, ja, dass es eben wahrscheinlich, äh, so ist, dass wir das in dieser speziellen Matrix alles erleben sollen, ob wir die Gelegenheit haben, dann entweder diese Matrix aufzudecken und zu beseitigen, mitzuhelfen, diese Matrix zu beseitigen, das geht aber nur insgesamt, ja, oder mit einer großen Menge von Menschen, ähm, ähm, das zu erreichen, und das ist eins von meinen Zielen, ja, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, das Ziel, weiß nicht, aber zumindest, ähm, damit, äh, äh, damit beizuhelfen, dass, dass das gelingt, äh, um eben diese Matrix gedanklich aufzulösen, ja, das ist möglich, das ist machbar, ja, durchaus machbar, ähm, ähm, ist das vielleicht das, was wir erleben, oder wird das weitergehen, oder teilt sich das auf, dass das diejenigen, die diesen Schritt gemacht haben, erkannt haben, Gartrex und so weiter, äh, äh, ja, die sich daraus lösen, dass die mit einmal in diese Situation kommen, etwas anderes erleben zu dürfen, in etwas in anderes hinein zu geraten, äh, mit dieser Rapture wird das beschrieben da, so mit diesem Glückseligkeitsgefühl, was dann, äh, in dieser Endzeit kommen, für diejenigen, die, äh, für eine gewisse Gruppe, oder ob man eben, ja, ähm, nichts daran ändern kann, sondern dieser, ja, in diesem Spannungsfeld dann eben, äh, diese Katastrophen alle miterlebt, wie vielleicht auch andere Kräfte eben auf das einwirken, so wie es möglicherweise mal in Atlantis, ähm, geschehen sein mag, dass eine Naturkatastrophe eben die Zivilisation damals zu einem großen Teil auslöschte, äh, ob die Leute aufgewacht waren oder nicht, auch das wissen wir nicht, ne, oder dass wirklich jetzt, äh, eben Dinge passieren, die, ja, ähm, die uns alle, auch diejenigen, die in der Matrix leben, in eine andere Sphäre tragen können, das wäre natürlich zu allen, 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 zu wünschen, ja, das, das ist ja das mit diesem Massenerwachen, das dann aber gar nicht hier von irgendwie Detlef und Co, äh, provoziert wird, sondern eben einfach kommt, weil wir eben durch so eine, ja, galaktische, Superwelle hat hier einer geschrieben, durchwandert, die alle mit einmal aufwachen lässt, oder Dinge erkennen lassen lässt, die vorher undenkbar waren, dass man überhaupt darauf gekommen wäre, ne, also das ist, äh, ist denkbar, dass es sowas, äh, geben kann, das müssen wir sehen, das müssen wir sehen, ne, ne, das müssen wir sehen, wie das, wie, 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 das, äh, wie das werden wird, das, eben, das ist ja das Spannende doch in unserer Situation, dass wir jetzt nicht wissen, was kommt, und je weniger Angst wir selbst für uns erzeugen, ja, umso einfacher, und so, umso mehr Genuss können wir in die Sache legen, denn die Angst, okay, vielleicht wollen einige Angst haben, fühlen sich gut in dieser Angst, die sie sich selbst erzeugen, aber es kann auch ein fantastisches Gefühl sein, diese Angst zu besiegen, um eben zu merken, dass man gar keine Angst haben muss, sondern dass diese Angst eigentlich kontraproduktiv ist und einen, äh, runterdrückt, sodass man das Schöne, was sich, äh, eigentlich jedem bietet, gar nicht erleben kann, nicht, andere umschreiben das eben mit einem, mit der Frequenz, nicht, dass man, äh, mit Angst wird man in niedrigen und, äh, äh, tiefer Frequenzen gehalten, mit, äh, dieser Angstüberwindung und der Zuversicht und dem, ja, dem positiv erleben wollen, dass man dann der Lage ist, höhere Frequenzen zu erreichen, dass man das sogar selbst darauf einwirken kann, wie man sich fühlt und wie man sich, ähm, entwickelt, ja, ähm, ja, also ich denke, das sind so die, diese, diese Entscheidungen, die man ja auch treffen kann, und der größte Feind, den man hat, ja, das ist man zunächst immer mal selbst, häufig passiert anders, dass man sich zu wenig zutraut, ach, das schaffe ich sowieso nicht, und ach, die anderen sind alle viel mächtiger als ich, und die schaffen, das schaffe ich nie, oder ich komme gar nicht zurecht, und das kann man sich einreden, und manchmal hat man natürlich auch ein bisschen die, ja, das ist ein bisschen viel wert, muss man vielleicht mal einen Tag drüber schlafen, oder Nacht, muss man ja nicht einen Tag drüber schlafen, einen Tag drüber schlafen, ähm, um sich dann wieder aufzubauen, und eigentlich zu sagen, hoppla, Moment, äh, äh, erst mal sind die anderen weder besser als, äh, als du, ja, ähm, und die sind genauso, äh, menschlich, ja, und, und die hängen in einem System drin, was, äh, was sie noch nicht mal selber erkannt haben, und so, und du bist ja schon viel weiter, weil du hast das ja schon alles erkannt, du kannst das auseinandernehmen, kannst das herleiten, und deswegen ist es so wichtig, um das auch nochmal wiederzugeben, was wir eingangs besprachen, dass man das große Ganze versucht, zu erfassen, ja, soweit man das kann, nicht, also, ich weiß ja auch nicht, ob ich alles hier erfasse, aber vieles, versuche ich miteinander zu verbinden, um zu sehen, ähm, ähm, was hängt wie miteinander zusammen, um die Strukturen zu erkennen, auch, wem nutzt es, ja, und eben nicht die Symptome zu bearbeiten, denn das bringt uns zu wem. wenig, ja, ich wollte das jetzt auch nochmal erwähnen, weil, was soll ich jetzt hier im Moment berichten, ach, jetzt fliegt hier der Komet vorbei, und der Asteroid, und der wird die treffen, und da gibt es hier schon wieder einen, der sagt, äh, und da, da muss man schon vorsichtig sein, ein, äh, Komet Nibiru, soll jetzt kommen, angeblich, also, das, ja, und soll, der soll so groß sein, wie der Staat US Texas, und der wird hier in ein paar Wochen auf uns, äh, niedergehen, Okay, das klingt schon relativ unwahrscheinlich, denn wir haben ja auch sehr viele Hobby, äh, Astronomen, die da sind, die ja sowieso, eigentlich, rund um die Welt, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage am Tag, äh, im Jahr, äh, dafür sorgen, selber Beobachtungen zu machen, und sofort so etwas berichten würden, sollte ihnen so etwas auffallen, ne, oder? Also insofern, ähm, ich hab das jetzt eben nur als Beispiel erwähnt, von so Gerüchten, die wieder in die Welt gesetzt werden, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, ich hab's, äh, deswegen auch nicht hier, äh, reingebracht, weil mir das dann auch ein bisschen komisch vorkommt, ähm, man muss also auch, äh, darf sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, man darf sich auch nicht Angst einjagen lassen, von all solchen Berichten, wie gesagt, es gibt genug Menschen, die Tag und Nacht den Himmel beobachten und Ahnung haben auch davon, von dem, äh, Geschäft und die sofort also das Internet nutzen würden, um sich, äh, äh, um uns alle mit zu informieren, das ist ja das Tolle. Und ich denke, da haben wir einen riesengroßen, positiven Fortschritt gemacht, denn egal, ob wir uns kennen oder nicht, egal, wo wir auf der Erde leben, ähm, wir stehen alle miteinander in Verbindung, ja, habe ich schon mal in irgendeiner Sendung gesagt, ich hatte mal so ein, so ein Buch gelesen, äh, das war ums Jahr 2000 herum, Beyond the Vale, hieß das, äh, 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 hinter dem Schleier, ne, gesetzt, äh, wo dann auch drin stand, man wird irgendwann einmal eine Situation erleben, wo alle Menschen, die es wollen, miteinander weltweit verknüpft sind. Und ja, 2000 hatte man vom Internet auch noch nicht so viel, ne, gehört, das war da so in den Anfangsstadien, ähm, äh, 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 und so ist es heute. Alle Menschen, die Interesse haben daran, die Wahrheit zu suchen und zu finden, natürlich, ähm, egal jetzt in welchem Bereich, ob es auf der rechtlichen Seite ist, äh, Freiheitsbereich, äh, Bereich ist, Menschheits, äh, Menschenrechts, äh, äh, was weiß ich, äh, äh, Bekämpfung von, von Ungerechtigkeiten ist, oder Aufdeckung von irgendwelchen Skandalen, äh, äh, Regierungskorruption und so weiter, oder ob es eben universelle Dinge oder, äh, hier aus unserem Sonnensystem sind, die uns, äh, betreffen, oder Merkwürdigkeiten, Sichtungen, egal ob es UFOs sind, Himmelskörper, äh, Vulkane, Erdbeben, also wir sind überall so miteinander inzwischen verknüpft, dass es unglaublich ist, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es anders ist. Oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, also, äh, für mich ist es inzwischen ein Normalzustand zu sein, aus allen Herren Ländern Informationen zu sammeln, zu lesen, zu bekommen, ähm, die also sonst unmöglich gewesen wären, hätten wir nicht diese Technik zur Verfügung. Man kann sich natürlich fragen, ja, Moment, aber das Internet wurde doch vom Militär, vom US-Militär erfunden. Äh, ja, so heißt es, ne? Und, äh, wurde eigentlich, für militärische Zwecke, äh, genutzt. Man hat es dann der Öffentlichkeit freigegeben. Die Frage ist, warum? Ja, warum auch zu dieser Zeit? Und, äh, ja, viele, viele, denken auch, eben jetzt, äh, vor allem, wenn sie christlich orientiert sind, ne? Ich bekomme hier gerade eine Information rein, ein Jesus Christus, die Dims fürchten sich vor der kommenden Widerkehr von Jesus Christus und das folgende Weltgericht. Ja, okay, aber auch wenn die, äh, wenn er so wäre, ja, und das kann durchaus sein, ja, ich sage nicht, dass das nicht der Fall ist, äh, dann müssten die Dims ja auch wissen, dass sie dem nicht entfliehen können und auch nicht durch, ähm, den Bau von unterirdischen Bunkeranlagen, gell, oder? Ja, ähm, hier schreibt jemand Bewusstsein, Herr Detlef, wenn alles vorbei ist und wir uns bewusst werden, was alles mit uns getrieben wurde, sind wir anschließend bewusstlos. Ja, das kann natürlich sein. Es wird ja auch häufig so geschildert von so Nahtoderlebnissen, ne? Die dann sagen, ja, ich komme dann durch so einen Tunnel durch und dann hinten ist dann wieder Licht und so und dann läuft, dann läuft nochmal das ganze Leben vor allem ab und, und, äh, ja, und, aber hinterher ist alles wieder gelöscht, ne? Ja, das wissen wir ja auch nicht, da gibt es ja auch die verschiedensten Mutmaßungen, ich will mich auch nicht immer wiederholen, aber für die, die es noch nicht gehört haben sollten, nochmal als Erinnerung, dass wir eventuell auf einem Sklavengefängnisplaneten leben, wo man eben unsere Seelen beim Verscheiden schnell abfängt und dir eine Gehirnwäsche verabfolgert, äh, in so einem Tunnel und so, damit wir uns ja nicht wieder an das Schöne erinnern, und wieder zurück müssen auf den Sklavenplaneten, und nochmal gequält werden, ne? Okay, das ist schwer zu sagen, wie es wirklich ist, wie gesagt, das sind alle Spekulationen, und keiner weiß es 100%, man kann es glauben, ja, es gibt viele Menschen, die haben ein Glauben, die glauben, so ist es, und nicht anders, und andere wiederum, die sind komplett irritiert, weil sie gar nicht mehr wissen, wem sie glauben sollen, und so weiter, ist nicht so ganz einfach, ne? Und ich, wie gesagt, halte mich auch offen für alles, was da ist, weil ich auch nicht weiß, was kommen kann, halte aber alles für möglich, ne? Auch die, die, die Sache mit Jesus, äh, ist durchaus plausibel, und ich meine, wenn du das alles durchliest, und auch die, ich meine, das Offenbarung, was da abläuft, wie es geschildert wird, das klingt schon so ein bisschen, so wie es jetzt ist, das kann durchaus sein, ne? Jetzt steht hier, noch was, im Leben oft ziellos herumgelaufen, ohne Plan, nie an Gott geglaubt, aber am Ende besinnen sie sich wieder auf Gott, am Ende kommt das Hoffen auf die Gnade Gottes. Ja, gut, also, aber auch hier gibt es ja unterschiedliche Ansichten, ich will, ähm, eben wie gesagt, da offen genug bleiben, das auch zuzulassen, dass man eben sagt, ja, äh, aber Gott ist nicht von außen, ja, jemand, der hier auf uns einwirkt, der hier, äh, er ist eigentlich in uns drin, ne? Das ist auch etwas, was, äh, in den Überlegungen mit drinsteht, dass wir Teil davon sind, und dass alle diese Prozesse dann in uns, ähm, passieren, ja, ohne dass da jetzt irgendeiner mit einem weißen Bart aus dem Himmel auf uns runterkommt, ja, und dass das alles in uns ist, weil wir Teil davon sind. Und auch diese Möglichkeit lasse ich offen, ähm, ja, äh, weil, eben, wie gesagt, das ist die Frage, glaubst du an eine gewisse Sache, dann ist es schwierig, dich von einem Glauben wieder abzubringen. Das ist, glauben kann auch gut sein, ich sage nicht, dass das nur negativ ist, aber es liegt einen sehr klar fest, und, ähm, man lässt, äh, dann nichts anderes mehr zu. Die Frage ist, ähm, ist es gestattet, auch noch was anderes zuzulassen? Ja, das ist, äh, dieses Dilemma, in dem sich, äh, viele auch befinden, deswegen ist mit dem Glauben heutzutage eben auch so ein bisschen den Bach runtergegangen ist, oder geht, weil viele eben einfach verwirrt sind. Sie sind verwirrt deswegen, weil, weil die materielle Welt, in der sie leben, die Matrix ihnen ganz andere Werte vermittelt, ihnen eher ein Glauben an Macht und Geld, ja, materielle Werte vermitteln. Viele glauben, dass nur so, äh, ihr Ziel umzusetzen ist, dass sie nur so glücklich werden können, oder nur so überleben können, wenn sie so viel Geld wie möglich anhäufen. Ich meine, wie sonst kannst du dir erklären, dass es solche Bankster gibt, die sowieso schon eine Menge Kohle haben, und dann noch mehr anhäufen können, obwohl sie es gar nicht verwenden können, das ist das Geld. Sie können gar nichts damit machen. Sie sind Tag und Nacht, 48 Stunden am Tag, nur am Arbeiten und am Tun und am Machen, und haben hier gar nichts, keine Möglichkeit, mit dem Geld irgendwas für sich persönlich zu tun, sofern sie das überhaupt als eine, äh, äh, Variante ihres Lebens sehen. Etwas anderes zu tun, als das, was sie tun, nämlich Geld zu schärfeln, andere abzuziehen, und reinzulegen, äh, Profit machen, kostet es, was es wolle. Okay, das ist also auch alles sehr merkwürdig, oder? Gut, ich lasse das so ein bisschen offen, weil, ähm, die, Möglichkeiten sind ja da, dass auch noch die Dinge etwas anders sein könnten, als wie viele es eben glauben, ja, das will ich damit nur sagen. Jedenfalls wird es hochspannend, und wie, wie du es auch richtig sagst, äh, sollte es wirklich so sein, wie du sagst, dass es, Jesus kommt, und dass wir dann in dieses jüngste Gericht hineingehen, dann, so erinnere ich mich, hat man auch in der letzten Sekunde noch die Möglichkeit, sich zurück zu besinnen, zu erkennen, um was es wirklich geht, und vielleicht brauchen wir diesen Erkenntnismoment, viele brauchen den, sicherlich noch, ähm, um, dann diesen Sprung zu machen, in seinem Denken und Handeln. Ja, äh, schwieriges Thema, über Religion, Glaube, Tod, und all sowas zu sprechen, ähm, ohne, ja, sagen wir mal so, so, so Punkte anzugehen, die einen dann vor den Kopf stoßen, ja, viele fühlen sich vielleicht dann vor den Kopf, den Kopf gestoßen, oder diese Sachen sagt, oder diskutiert, oder? Ja, ähm, ich denke mal, das sind trotzdem immer, die mir gehen, mir gehen ja solche Sachen auch durch den Kopf, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier, äh, nur so, so Sachen, so Berichte, Obama und solche, so, so Unwichtigkeiten, eigentlich sind das die komplette Unwichtigkeiten, ja, sie sind nur Bestandteil einer Matrix, die uns gefangen halten soll, und wenn man den Schritt gemacht hat, dass man eigentlich schon nicht mehr so richtig, äh, in der Matrix ist, ne, weil man das ja alles gecheckt hat, und so, trotzdem natürlich noch drin ist, und so, und sich natürlich dann darüber ärgert, dass schon wieder so ein Heini da drin ist, der einen, äh, verknechten und versklaven will, ähm, aber letztendlich geht es doch wirklich um ganz andere Sachen, und diese Dinge, die gehen mir auch durch den Kopf, ne, und ich habe eben auch noch nicht die Antwort, ich denke nur so, so, es ist, äh, es ist schon so, dass man irgendwie nicht alles selbst beeinflussen kann, man kann nicht alles selbst steuern, ne, das, was die DIMS versuchen, uns zu kontrollieren und alles zu steuern, die Matrix im Griff zu behalten, dass alles so läuft, wie es läuft, eben, das klappt ja für die auch nicht, die kriegen ja Breitzeiten von links, von rechts, von überall, und jetzt kann auch die Breitseite mal von oben kommen, ne, so wie es jetzt hier angesprochen wird, dann, wenn jemand hier eingreift, der noch mehr Macht hat als sie, auf eine ganz andere Art und Weise, auch das ist denkbar, ja, insofern, äh, kann man also da, muss man mit allem recht, ne, ähm, aber das ist vielleicht auch jetzt die, die Frage, dass wir uns so Gedanken machen darüber, um einfach unser Bewusstsein zu leutern, zu anzuregen, äh, vielleicht noch intensiver für uns tätig zu werden, damit wir noch mehr erkennen können, was wirklich läuft, und ich bin sogar der Auffassung, der Ansicht, dass es noch viel mehr gibt, was ich auch noch nicht erkannt habe, was ich vielleicht aber in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht tun kann, durch eben Bewusstseinserweiterung, ja, Ausbau von Bewusstsein, Intensivierung, könnte, könnte sein, oder? Tja. Ja, also, ich wünsche euch auch, dass ihr euch da Gedanken darüber macht, und damit denkt, weil je mehr wir darüber nachdenken, ja, das ist ja auch eine Energie, die zusammengeführt wird, und die dazu anregt vielleicht, dass wir in einem Gesamtbewusstsein mehr dieser Lösung näher kommen, wovon dann jeder von uns profitiert, wir wissen ja, dass alles eigentlich verfügbar ist, alles ist da, was wir brauchen, wir müssen uns nur dafür öffnen, ja, auch das mit der Energie, es gibt freie Energie, wir müssen sie nur, ähm, erkennen und umsetzen, ja, und das ist dieser verdammte Punkt, ähm, ja, den wir erst, irgendwie erreichen müssen, alle, alle Mann, ne, alle Frauen, natürlich auch, haha, okay, ja, Leutchen, also, soweit mal, wer also noch hier was schnellereinschicken will, muss das jetzt tun, weil wir, ja, dann sonst hier schon fast fertig sind, ähm, mit der heutigen Sendung, und wie gesagt, ähm, ich wiederhole nachher die Sendung nochmal, wer das nochmal anhören will, keine Frage, ähm, tja, hier steht noch was, Hallo Dürttlöf, zu den Bankstern, und den Bankstern geht es nicht darum, immer mehr Geld zu bonkern, sondern alle anderen arm zu machen, um sie zu kontrollieren, und am Ende auszurottern, das kann gut sein, ja, keine Frage, das kann gut sein, ähm, aber ob ihnen das bewusst ist, weiß ich auch nicht immer, so, das scheint mir manchmal ein bisschen merkwürdig, ne, und hier, immer mehr und immer mehr und immer mehr, hi Dürttlöf, und am Ende nimmst du nichts mit, alles Geld und mehr, nur die Last, nichts Gutes, damit gemacht zu haben, das stimmt, das ist richtig, wenn wir, ähm, wenn ich da auch mal dran denke, so an so verschiedene Erlebnisse in der Familie, die, von Leuten, die eben, also sehr in der Matrix drin steckten, und eigentlich immer da, nur so in diesen, in diesem Kasten gedacht haben, ne, in diesem Kaninchenstall, ne, so, armselig, wie da manche Kaninchen, vegetieren, müssen die nur ihren Stall kennen, und denken, dass die Welt, ne, oder denen wird, vorgegaukelt, das sei die Welt, nachher glauben sie es dann auch noch, äh, denn so sind sie ja nicht unbedingt auf die Welt gekommen, obwohl, naja, weiß man nicht, okay, ähm, ja, man kann nichts mitnehmen, man kann nur das mitnehmen, was man in der Seele geparkt hat, was man aufgebaut hat, gesammelt hat, und, äh, ja, das kann man vielleicht mitnehmen. Jo, also, ähm, klasse, dass ihr mir so viele schöne Kommentare hier reingeschrieben habt, ähm, denn das ist immer wichtig, weil ich ja das nicht alles nur von mir aus schildern möchte, und gerne auch eure Blickwinkel mit rein bringen möchte, äh, hier steht, ich denke alle, die noch ein Fünkchen Empathie in ihrem Herzen haben, werden aufsteigen, und die Zionisten bleiben auf dieser Erde, und das ist dann die Gerechtigkeit. Jo, okay, schauen wir mal, ne, schwer zu sagen. Jedenfalls, äh, klasse, dass ihr hier bei mir heute drin wart, und ich wiederhole die Sendung gleich, und es gibt hier zum Schluss, äh, nochmal den Neil Fox, mit F Punkt Punkt K, The Fat, ne, das ist die zensierte Variante, ne, sonst dürften sie das gar nicht mehr in Amerika spielen, ne, und dann kommt nachher noch Living in the Dark, ne, zwischen drin, wo ich dann das einfädele, ne, die, ähm, die Wiederholung, gell, nächste Sendung, ist nächste Woche Dienstag, ne, Quatsch, ist ja schon am Samstag hier, hey, am Samstag ist Sondersendung, wollte ich nicht vergessen hier, alle einschalten, 15 bis 17 Uhr, mit Dead Live Live, auf Deutsch, danach geht's auf Englisch weiter, alle halbe Stunde, mit dem Thema, äh, Calling Peaceful Warriors, Aufruf an alle friedlichen Krieger, da werden wir diskutieren, was wir alles tun können, mit ganz klasse vielen Informationen, also unbedingt alle einschalten, am Samstag bin ich schon wieder da, Mensch, klasse, und dann natürlich, wie gewohnt, nächste Woche, also, Send it up for Wing Saario, bis dann, ciao, ciao. Wing Saario für alle, die aufwachen wollen, ohne Blatt vor dem Mund, werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplatzes aufgedeckt. Jeden Dienstag kommt dann von 16.18 Uhr in der europäischen Zeit hereinschauen, mehr unter www.weknews.net und die Verschwörungsplatzes aufgedeckt. Jeden Dienstag kommt dann von 16.18 Uhr in der europäischen Zeit. Jeden Dienstag kommt dann von 16.18 Uhr in der europäischen Zeit. Jeden Dienstag kommt dann von 16.18 Uhr in der europäischen Zeit. Jeden Dienstag kommt dann von 16.18 Uhr in der europäischen Zeit. Hey, 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 hey! F*** the Fed Hey, 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 hey F*** the Fed We need a president with balls No matter white or black or female Someone more than just another talking head They have to stand up for our rights They better read the Constitution When they hear the people cry F*** the Fed So tell your children's children If we're still around to tell How depressions were created by a few How the people lived and suffered While the candidates debated Till the people knew exactly what to do Hey, 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 hey F*** the Fed Hey, 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 hey F*** the Fed Hey, 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 hey F*** the Fed F*** the Fed Hey, 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 hey F*** the Fed F*** the Fed Hey, 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 hey F*** the Fed F*** the Fed Bis zum nächsten Mal.